Nightwood Academy, Episode 3 – Düstere Erkenntnisse Geschrieben von Amber Orban, gelesen von Sarah Dorse, Moritz Biesel und Sebastian Fischer Produziert von Miss Motta Audio, erschienen im Rosenrot Verlag Kapitel 1 – Abigail Sei wachsam in der Dunkelheit, Abby. Du weißt nicht, welche Tiere in den Schatten lauern. Bloß weil du sie nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Passend zu der jetzigen Situation höre ich Mams Worte in meinen Ohren. Wie eine Warnung hallen sie wieder und wieder, wie ein Echo. Nur, dass es kein Ende gibt. All das passiert lediglich in meiner Vorstellungskraft. Doch das seltsame Rascheln ist echt. Ich kann es hören. Ich kann es sogar fühlen. Es ist irgendwo über mir. Wer oder was auch immer das ist, soll nicht wissen, dass ich es wahrgenommen habe. Deswegen gehe ich weiter. Unaufhaltsam bahne ich mir einen Weg, den verschlungenen Pfad hinab zum See. Das Haus der Sirenenmütter liegt direkt am Ufer. Von dort aus führt ein Steg hinaus aufs Wasser. Die glitzernde Wasseroberfläche spiegelt den sichelförmigen Mond. Ich beschleunige meine Schritte. Mrs. Miller wird mich sicher längst erwarten. Da. Schon wieder dieses Rascheln. Es klingt wie das Ausschütteln einer Decke. Ich bleibe kurz stehen und tue so, als wäre mein Schuh aufgegangen. In der Hocke versuche ich den Kopf zu drehen, um etwas im Augenwinkel zu erkennen. Da ist nichts. Es ist so dunkel, dass ich wirklich gar nichts sehen kann. Und ich habe auch keine Zeit dafür. Andererseits darf niemand sehen, was ich gleich tun werde. Ich folge nicht dem abzweigenden Pfad, sondern gehe in Richtung Steg. Das Wasser klatscht gegen die Planken. Die süße, algenhaltige Luft dringt in meine Nasenflügel. Irgendwie fühle ich mich wirklich zum Wasser hingezogen. Doch ich habe keine Zeit, um mich hinzusetzen und zu warten. Während die anderen im Speisesaal sind, bleibt mir höchstens eine Stunde. Und die will ich gut nutzen. Ich kicke einen Stein ins Wasser, drehe mich dann um und bleibe abrupt stehen. Das Gefühl, beobachtet zu werden, ist stärker denn je. Dann sehe ich sie. Zwei Gestalten schieben sich zwischen den dunklen Bäumen hervor. Sie reden miteinander. Und ich habe plötzlich das Gefühl, in etwas reinzuplatzen, das mich nichts angeht. Ich blicke zu dem kleinen Holzhaus am Ende des Stegs, in dem sich die Boote befinden, husche dorthin und verstecke mich. Mit schnell gehendem Atem lausche ich den Geräuschen außerhalb. Das mit uns funktioniert nicht, sagt eine weibliche Stimme. Was soll das heißen? fragt ein Mann. Das soll heißen, dass ich mich nicht mit einem Freak wie dir sehen lassen kann. Die Frauenstimme kommt mir bekannt vor, aber ich kann nicht sicher sagen, wer das ist. Außerdem habe ich jemand anderen im Auge. Das mit uns war sowieso nur Spaß. Aber, Süße, spar dir dein Süße für eine Frau auf, die wirklich was von dir will. Tut mir leid, aber du warst nur ein Zeitvertreib für mich. Und auch nicht mal der Beste. Ich muss schlucken, als ich sie erkenne. Das ist Imogen. Und sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Wer auch immer der Typ ist, er tut mir jetzt schon leid. Denn er hat sich ganz offensichtlich mehr erhofft. Ist das dein Ernst? fragt er mit solch einer Kälte in der Stimme, dass es mich fröstelt. Er klingt überhaupt nicht getroffen. Als wäre er aus Stein. Natürlich ist das mein Ernst. Wir hatten Spaß, aber mehr kann daraus nicht werden. Ich weiß, dass ich nicht mithören darf und versuche, mich zur anderen Seite des Bootshauses zu schleichen. Doch die Bohlen unter mir sind so rutschig wie auf einer Eisbahn. Mit den Zähnen auf die Lippe beißend, hangle ich mich an der Holzwand entlang. Doch meine Beine machen nicht das, was sie sollten. Kurz vor dem Ende rutsche ich aus. Meine Beine werden hochgerissen und ich knalle auf den Rücken. Verdammt, fluche ich zischend und drehe mich auf die Seite, um aufzustehen. Doch meine Hände rutschen ebenfalls weg. Der Steg ist furchtbar glitschig. Endlich schaffe ich es und stehe aufrecht. Da ertönt erneut das Geräusch einer Fahne im Wind. Diesmal bin ich mir ganz sicher, dass ich angestarrt werde. Langsam hebe ich den Kopf und erblicke auf dem Dach des Bootshauses eine Gestalt. Sie hockt da wie eine Statue auf einem Kirchturm. Mit dem Unterschied, dass sie lebt, denn ich sehe das Blitzen in ihren Augen. Wie erstarrt verharre ich in der Dunkelheit, in der Hoffnung, dass es mich nicht sieht. Was natürlich absoluter Blödsinn ist. Denn das Wesen hat mich genau im Visier. Es springt vom Dach, landet mit schweren Stiefeln, richtet sich auf und ist anderthalb Köpfe größer als ich. Was auch immer aus seinem Rücken wächst, verschwindet innerhalb eines Wimpernschlags, als wäre es nur eine Illusion gewesen. Es ist sicher der Typ, den Imogen gerade so freundlich abgewiesen hat. Er steht nun vor mir und blickt mich an, als wäre ich ein Opfer, das er gleich zerfleischen wird. Was auch immer sich in seinem Gesicht abspielt, Freundlichkeit ist es nicht. Was machst du hier? fragt er mit dunkler Stimme. Spaziergang am See? frage ich neckischer als geplant. Eigentlich ist das nicht der Moment, in dem man blöde Scherze machen sollte, denn der Typ sieht richtig wütend aus. Ich kann trotzdem nicht anders. Meine Situation ist nicht zu erklären, es sei denn, ich verrate mich. Und das werde ich ganz sicher nicht tun. Ganz allein? kommt von ihm zurück und ich schlucke unwillkürlich. Warum nicht? Ist doch eine schöne Nacht. Bis gerade eben war sie das, murmelt er und ich könnte mich täuschen, aber ich höre eine leichte Emotion aus seiner Stimme heraus. Er scheint doch traurig darüber zu sein, dass Imogen ihn abserviert hat. Welches Haus? fragt er und obwohl sein Gesicht im Schatten liegt, spüre ich seinen Blick, wie er meinen ganzen Körper abtastet. Sirene, sage ich wahrheitsgemäß, weil eine Lüge mich nicht weiterbringen würde. Der Typ gibt ein amüsiertes Schnauben von sich. So eine ist sie also. Was? Du bist eine Freundin von ihr, hab ich mir gleich gedacht. Hast du mein dummes Gesicht in Großaufnahme auf Video? Ehe ich etwas dagegen tun kann, steht er vor mir und stiert mir in die Augen. Seine sind grau und so tief, dass man sich darin verlieren könnte. Ungelogen ist das der größte Typ, den ich je gesehen habe. Sogar noch größer als Ryder. Aber er ist deutlich schlanker als der Anführer der Wölfe. Irgendwie schlank, aber nicht schlaksig. Er trägt gar nicht die Schuluniform, sondern einen schwarzen Mantel, der fast bis auf den Boden reicht. Als würde er nicht zur Akademie gehören, aber ich bin mir ganz sicher, dass er das tut. Er ist ein Gargäuel. So wie er da eben auf dem Dach gehockt hat, kann es nur so sein. Er kann sich verwandeln, vielleicht sogar fliegen. Ein weiteres Mal wird mir bewusst, an was für einer Universität ich mich befinde. Zeig schon her, sagt er und hält die Hand hin. Was willst du sehen? Frage ich unschuldig. Das Video, das du gemacht hast. Oder hast du es schon an alle weitergeschickt? Ich hab kein Video gemacht, sage ich wahrheitsgemäß, was ihn erneut amüsiert schnauben lässt. Du bist eine schlechte Lügnerin, aber von mir aus schick es rum, sollen sie alle über mich lachen. Es wird ihnen noch leid tun. Knurrt er und ist schon im Begriff, sich abzuwenden. Ich wollte nicht lauschen, aber ihr wart nicht zu überhören, sage ich eilig, bevor er verschwinden kann. Er dreht sich zu mir um, vor allem ist es aber sein Blick, der mich fixiert. Ich habe kein Video gemacht, niemand weiß davon, außer euch beiden und mir. Und von mir aus kann das so bleiben. Sein Blick verfinstert sich, dann neigt er den Kopf, als würde er sich über mich lustig machen. Ich meine es ernst, sage ich, als er wieder näher kommt. Bedrohlich baut er sich vor mir auf. Von Nahem kann ich sein Gesicht erkennen. Es ist hager, aber kantig. Er hat graue Augen, die in der Dunkelheit leuchten. Schwarzes, langes Haar umrahmt sein Gesicht. Er trägt schwarzen Eyeliner oder irgendeine Form von Lidschatten. Auf jeden Fall sind seine Augen geschminkt, aber er sieht nicht feminin aus, sondern knallhart. Verarschen kann ich mich alleine, sagt er spöttisch, geht dann in die Knie und springt in die Lüfte. Dabei entfalten sich zwei gigantische Schwingen, die aus seinem Rücken geschossen sind. Und wieder ist da dieses Geräusch, als würde man eine Decke ausschütteln, als würden Fahnen im Wind flattern. Es sind seine ledrigen Flügel, die ihn schlag um schlag in die Höhe tragen, bis ich ihn nicht mehr sehen kann. Ich stehe da, mit aufgerissenen Augen und offenstehendem Mund. So etwas Wunderschönes habe ich noch nie mit angesehen. Gleichzeitig überkommt mich ein Gedanke, den ich nicht haben dürfte. Ich habe jetzt Wissen, das vielleicht gefährlich ist. Nicht einmal Maisie oder Imogens beste Freundinnen wissen davon. Sie hat sich nicht ohne Grund alleine mit ihm hier draußen getroffen, weil um diese Uhrzeit normalerweise niemand hier ist. Sie wollte nicht, dass es jemand mitbekommt. Also weiß niemand davon. Mein Blick fällt auf mein Handy, auf dem ich vergeblich ein Video suche, das ich vielleicht gemacht habe. Natürlich ist da keines, aber der Typ wirkte nicht so, als würde er mir glauben. Scheiße, schon so spät? Ich muss zu Mrs. Miller. Ich nehme die Beine in die Hand und husche um das Holzhaus herum zurück zum Pfad. Diesmal gehe ich direkt zum Haus, zu dem ich hin will. Kapitel 2 Abigail Das Haus der Sirenenmütter liegt versteckt zwischen hohen Bäumen, umgeben von einem wilden Kräutergarten. In der Nähe befinden sich auch die Gewächshäuser, die Natur drumherum wuchert ziemlich wild. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mom ihre Finger mit im Spiel hatte. Denn sie mochte es nie, wenn der Rasen zu kurz, die Hecken geschnitten und Büsche getrimmt waren. Sie liebte es wild und natürlich. Genauso wie die Ranken, die sich an dem hohen Steingebäude emporschlängeln. Ich erkenne das Haus wieder. Mom hat es einmal gemalt und die Zeichnung war eine der wenigen in ihrem Zimmer, die sie aufgehängt hat. Normalerweise war sie immer ein wenig kritisch mit sich, doch mit diesem Gemälde war sie zufrieden. Ich bleibe ehrfurchtsvoll stehen, als mir klar wird, dass ich einen für sie heiligen Ort betreten werde. Mein Herz schlägt unwillkürlich schneller, als mir bewusst wird, dass sie hier die meiste Zeit des Jahres verbracht hat. Sie hat hier gewohnt, gelacht, gelesen, gesungen und vielleicht auch geliebt. Wir haben nie so direkt darüber gesprochen, aber sie sagte immer, dass sie an dieser Akademie ihr Glück gefunden hat. Ich wollte nie hören, dass sie vielleicht einen Mann getroffen hat, der ihr Herz berührte und den ich nie kennenlernen werde. Ich schlucke den Knoten in meinem Hals herunter, der sich festgesetzt hat, trete an die Schwelle heran und blicke auf drei Knöpfe, die sich, begleitet von kleinen Messingschildern, neben dem Hauseingang befinden. Auf einem steht der Name meiner Schwimmlehrerin, Mrs. Miller, und ich drücke ihn. Kein Ton ertönt, dafür höre ich kurz darauf Schritte. Die Tür wird aufgezogen und Mrs. Miller steht dahinter. Sie winkt mich eilig herein und schließt hinter mir die Tür. Mit einem Finger auf den Lippen bedeutet sie mir, still zu sein, dann bringt sie mich in den ersten Stock. Dort ist es gemütlich eingerichtet. Zwar sind die Wände aus grauem Stein mit Holzbalken, aber überall hängen bunte Wandteppiche, Bilder, Möbel, die man auf einem Flohmarkt findet, und haufenweise Pflanzen und andere Dekorationen wie Töpfe, Statuen und Bücher. Hier hinein, zischt Mrs. Miller und winkt mich zu einem kleinen Aufenthaltsraum, der aussieht wie ein Salon. Dort befinden sich ebenfalls Bücherregale, mehrere Sofas und Sessel mit vielen bunt bestickten Kissen, kleine Beistelltische und auch ein alter Fernseher aus den 90ern. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Hier haben wir immer Karten gespielt, erklärt sie im Flüsterton und deutet auf einen der Tische, um den vier Stühle stehen. Da hat sie stundenlang gesessen und gelesen, sagt sie und deutet auf eine Nische am Fenster, von schweren Vorhängen eingerahmt. Sie sieht aus wie die bei uns zu Hause. Mir wird sofort klar, warum Mom sie geliebt hat. Sie hat sie an Bletchley Park erinnert. Und hier geht es zu ihrem Zimmer, flüstert Mrs. Miller und führt mich einen kleinen Flur hinab, in dem die Dielen knarren. Von hier aus führt eine Tür zu einem Badezimmer und direkt daneben befindet sich eine größere Tür, auf der ihr Name steht. E. M. Bletchley. Mom. Gehen Sie ruhig hinein. Sehen Sie sich um. Ich warte im Salon. Und seien Sie bitte diskret, sagt Mrs. Miller. Ich kann kaum glauben, wie viel Vertrauen sie mir entgegenbringt. Damit hätte ich nie gerechnet. Da ich keine Zeit verschwenden will, nehme ich den großen Messingschlüssel aus ihrer Hand und schließe auf. Die Tür schwingt mit einem Quietschen nach innen. Ich gebe mir Mühe, sie möglichst leise wieder zu schließen. Es ist dunkel draußen, doch hier drin wirkt es trotz der Finsternis irgendwie angenehm warm. Ich brauche etwas Licht und ertaste einen Fußschalter an einer großen Stehlampe mit Fransenschirm. Sie gibt zum Glück nur ein wenig warmes, schummriges Licht von sich, das den Großteil des Raumes erreicht. Ich erstarre, als ich sehe, wie sehr dieses Zimmer Mom gehört. Alles hier ist persönlich und so passend für sie, dass mir die Tränen in die Augen schießen. Nein, ich kann jetzt nicht zusammenbrechen. Ich brauche Antworten. Das ist meine Chance. Ich laufe an den Wänden entlang und betrachte all die Bilder. Es sind Zeichnungen, die Mom selbst gemacht hat. Gemälde, die sie in ihrer Freizeit angefertigt hat. Einige der Motive erkenne ich wieder, nun, da ich auch an dieser Akademie bin. Doch einige sagen mir gar nichts. In Regalen stehen ihre Romane, die sie oft gelesen hat. Auf ihrem Nachttisch liegt noch einer, der ein Lesezeichen ungefähr in der Mitte hat. Sie kennt das Ende der Geschichte nicht, schießt es mir durch den Kopf. Wie traurig. Ich wische die erneut aufkommenden Tränen beiseite und trete an ihr Bett heran. Es ist ein einfaches Holzbett, aber Mom hat auch dieses zu ihrem gemacht. Für eine Person alleine ist viel Platz, man könnte auch zu zweiteren schlafen. Das Mobiliar ist genauso alt wie der Rest der Akademie, doch Mom hat es personalisiert. An den Pfosten hängen ihre Ketten, von denen sie Tausende besessen und immer mindestens fünf auf einmal getragen hat. Ein Traumfänger baumelt am Kopfende. Es gibt viele bunt bestickte Kissen. Ihre Decke ist ein Quilt und sie hat flauschige Hausschuhe vor ihrem Bett stehen. Ich lasse mich langsam auf die Bettdecke sinken und fahre mit der Hand über den selbstgenähten Stoff. Alles erinnert so sehr an Mom, dass ich kaum atmen kann. Ich versuche es und dann habe ich das Gefühl, dass ihr Geruch noch immer in der Luft hängt. Ich nehme eines der kleinen Kissen in die Hand und schnüffle daran. Tatsächlich. An ihm hängt noch Moms Geruch, auch wenn sie schon seit über einem Monat nicht mehr drauf gelegen hat. Das Zimmer ist nicht das einer kranken Frau, nicht das einer Todgeweihten, die bald von uns gehen wird. Es ist das Zimmer einer Frau in den besten Jahren, die plötzlich auf unerklärliche Weise verschieden ist. Und ich bin mir sicher, dass es Gründe dafür gibt, die man herauskriegen kann, die jemand versteckt, verheimlicht. Ich lege das Kissen zurück an seinem Platz und schlage die Bettdecke beiseite. Das weiße Laken darunter sieht unbenutzt aus, als hätte sie nur ein paar Mal darin geschlafen. Dann fahre ich mit den Händen unter die Kissen und fühle, was sich darunter verbirgt. Nichts. Ich trete an den kleinen Nachttisch und schiebe die Schublade auf. Darin befinden sich Lippenbalsam, ein paar Kerzen, ein kleiner Notizblock mit Stift, der allerdings leer ist, und eine Brille, die sie immer häufiger zum Lesen gebraucht hat, weil ihre Augen mit den Jahren schlechter geworden sind. Sie hat immer versucht, es zu verstecken, weil sie fand, dass ihr die Brille überhaupt nicht steht. Sie sah damit auf jeden Fall älter aus, als sie war, aber auch irgendwie lehrerhaft. Hierhin hätte das definitiv gepasst. Der Nachttisch hat noch zwei Fächer darunter, in denen sich weitere Bücher befinden. Doch es sind alles Romane von romantisch-kitschigen Liebesgeschichten, die die Mom immer heimlich gelesen hat, weil Grandpa ihr gesagt hat, dass sie daraus nichts lernen kann. Seine Bibliothek ist voll mit Fachliteratur. Für so einen Schund hatte er nie viel übrig. Doch Mom hat das nie gestört. Sie hat trotzdem gelesen, was sie wollte. Von ihr habe ich sogar einige Empfehlungen erhalten. Auch wenn sich unsere Geschmäcker mit den Jahren verändert haben. Ich mag es nicht mehr ganz so kitschig. Für mich dürfen Geschichten ruhig ein bisschen rauer sein und nicht lieber auf den ersten Blick mäßig. Aber da ist jeder anders. Ich suche weiter. Doch auch zwischen den ganzen Romanen findet sich nichts, das auffällig ist. In der nahen Holzkommode befindet sich ihre Wäsche. Wie immer ist es dort chaotisch, trotz des sichtbaren Versuchs, alles halbwegs ordentlich zusammenzulegen. Es sieht trotzdem besser aus als in meinem Schrank. Doch auch hier ist nichts. Ich gehe zu ihrem Schreibtisch, ziehe dort an dem großen Knauf in der Mitte direkt unter der Tischplatte und stoße auf Widerstand. Abgeschlossen. Es gibt ein Schlüsselloch, aber keinen sichtbaren Schlüssel. Bingo. Ich muss diesen Schlüssel finden, so schnell wie möglich. Ich beginne in den kleinen Schächtelchen und Aufbewahrungsmöglichkeiten auf dem Schreibtisch zu suchen, mit deren Hilfe Mom versucht hat, Ordnung in das Chaos zu bringen. Doch nirgendwo ist ein Schlüssel zu sehen. Auch nicht in den anderen Schubladen des Schreibtischs. Wo hat sie nur den Schlüssel? Wenn Mom ihn versteckt, muss das, was sich in der Schublade befindet, wichtig sein. Ich sehe mich im Raum um und überlege, wo ich einen Schlüssel verstecken würde, wenn ich ihn nicht die ganze Zeit mit mir herumschleppe. Das wäre natürlich das Allerschlechteste, denn wenn Mom ihren Schlüssel mit ins Grab genommen hat, kann ich ihn nicht finden. Nein, sie hätte ihn bestimmt hier versteckt. Mom liebte gute Verstecke. Sie hat mich immer dafür gelobt, wenn ich beim Versteckenspielen ein Neues gefunden habe, das aus ihrer Kindheit stammt. Sie hatte sich einmal so gut versteckt, dass mein Grandpa sie einen halben Tag lang gesucht hat, zumindest hat sie diese Geschichte immer wieder erzählt. Sie hatte sich damals unter dem Bett versteckt und Grandpa hat sie darunter nicht gesehen. Das Versteck war so offensichtlich, dass er sie darin nicht erwartet hat. So offensichtlich, dass man es nicht erwartet, gehe ich in Gedanken noch einmal durch und blicke mich daraufhin im Raum um. Der Schlüssel kann an einem Ort sein, der so offensichtlich ist, dass man dort nie einen geheimen Schlüssel vermutet. Mein Blick fällt auf das Bett, auf die vielen Ketten, die daran hängen. Es sind bestimmt dreißig, wenn nicht noch mehr. Alle in unterschiedlicher Länge und mit unterschiedlichen Schmucksteinen behangen. Die eine ist komplett aus Holz, wieder eine aus Perlen, dann Lederbänder mit schweren Anhängern. Etwas, das aussieht wie ein Collier und alles wild durcheinander. Dazwischen blitzt etwas auf, das meinen Blick auf sich zieht. Ein unscheinbarer, bronzefarbener Schlüssel an einem Lederband. Mom, du bist so leicht zu durchschauen, denke ich und lächle dabei, als ich die Kette aus dem Sammelsurium herausziehe. Sie ist unauffällig und doch wunderhübsch. Der bronzefarbene Schlüssel könnte ein Dekoobjekt sein. Oder aber er hat einen Zweck. Bitte, bitte sei der Schlüssel, flehe ich, bevor ich ihn in das Schlüsselloch stecke. Er passt. Mit einem Klicken öffne ich den Verschluss und ziehe die Schublade auf. Darin befindet sich das, was ich erwartet habe. Moms Tagebücher. Ich habe es gewusst, denke ich und werde augenblicklich still. Mom hat früher jeden Tag Tagebuch geschrieben. Ich fand diese Angewohnheit immer ein wenig lästig, weil sie mindestens eine halbe Stunde am Abend darauf verwendet hat, alles, was passiert ist, aufzuschreiben und im kleinsten Detail zu dokumentieren. Doch jetzt muss ich sagen, dass ich nie glücklicher darüber war. So wie ich sie kenne, hat sie alles, was in den vergangenen vier Jahren an der Nightwood Academy passiert ist, bis ins kleinste Detail notiert. In den Büchern wird stehen, wann sie vor etwas Angst hatte, wann es ihr schlecht ging, sie gesundheitliche Schwierigkeiten bekommen hat oder wann ihr jemand gedroht hat. Und auch, wen sie geliebt hat. Ich halte inne, kurz bevor meine Finger den Einband des zuoberst liegenden Buches berühren können. Es wird das Neueste sein, das, das sie am Tag vor ihrem Tod noch gefüllt hat. Es ist das Wichtigste. Ich muss es mitnehmen. Und doch habe ich das Gefühl, in ihre Privatsphäre einzudringen. Schlimmer noch, als sie nur danach zu fragen. Denn in ihren Tagebüchern stehen ihre Gedanken, ihre Ängste, ihre Sorgen. Und es kann gut sein, dass ich darin auch Passagen über mich finde. Über unsere Streits, über ihre Sorgen, die sie mit mir verbindet. Ob ich die lesen will, weiß ich nicht. Ein Klopfen an der Tür lässt mich herumschnellen. Mrs. Miller steckt den Kopf herein. Beeilen Sie sich, Abigail. Sie müssen gleich gehen, flüstert sie und schließt die Tür hinter sich. Ich weiß, dass ich hier nicht mit dem Lesen anfangen kann. Ich brauche Ruhe und Zeit dafür. Ehe ich es mir anders überlegen kann oder mein Gewissen die Oberhand gewinnt, greife ich nach dem zuoberst liegenden Buch und stecke es in die Innentasche meines Blazers. Dann schließe ich das Schubfach wieder zu und nehme die Kette mit dem Schlüssel an mich, hänge sie mir über den Hals und lasse sie unter meiner Bluse verschwinden. Das Tagebuch unauffällig in meinem Jackett versteckt, trete ich nach draußen. Keine Andenken? fragt Mrs. Miller und blickt auf meine blanken Hände. Darf ich denn etwas mitnehmen? frage ich perplex. Aber natürlich, deswegen habe ich sie hergeholt, bevor das Zimmer aufgelöst wird und all die restlichen Dinge zu ihnen nach Hause geschickt werden. Man weiß allerdings nie, ob auch alles ankommt. Darf ich nochmal kurz rein, um etwas mitzunehmen? Aber natürlich, nur zu. Ich schlüpfe durch die Tür, sehe mich eilig um, nehme ein paar von ihren Zeichnungen und Bildern von den Wänden, ein paar Fotos von ihrem Nachttischschrank, weitere Ketten und schließe doch nochmal das Schubfach auf, um drei Tage Bücher in chronologischer Reihenfolge herauszuziehen. All das tue ich in einen Beutel, der an der Tür gehangen hat. Dann kehre ich Moms Zimmer den Rücken zu. Sehr schön. Darf ich sie jetzt bitten, zu gehen? fragt Mrs. Miller und führt mich die Treppe nach unten. Sie ist dabei vorsichtig und recht flink, weil sie wohl nicht möchte, dass mich jemand sieht. Ich gebe mir Mühe, sehr leise und achtsam zu sein. Denn auch ich möchte nicht, dass mich jemand entdeckt. Meine Begegnung mit Imogen und diesem Gargoyle hat mir schon gereicht. Wenn Blake und Lucien gruselig sind, dann ist dieser Typ umso gruseliger. Ich nehme mir vor, Maisie beim nächsten Mal danach zu fragen, ob sie etwas weiß. Ganz unauffällig, versteht sich. Haben Sie vielen Dank, Mrs. Miller. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Gern geschehen, Abigail. Wenn Sie noch etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Bei Gelegenheit können wir uns einmal über Ihre Mutter unterhalten. Jetzt muss ich Sie aber bitten, zu gehen. Vielen Dank nochmal, sage ich, hebe die Hand zur Verabschiedung und verschwinde den verschlungenen Kiesweg entlang. Ich mache mich auf direktem Weg zum Haus des Meeres. Denn ich kann es kaum erwarten, in Moms Tagebücher zu sehen. Auch wenn ich mir vorkomme wie eine Verbrecherin, bin ich auch glücklich vor Aufregung. Ich muss wissen, was mit ihr geschehen ist. Für Mom. Kapitel 3 Lucien Eine düstere Melodie breitet sich in der achteckigen Halle aus, wie ein Fluss, dessen kleinster Ausläufer alles berührt, was er erreichen kann. Sanft lasse ich den Bogen über die Seiten gleiten, um diesen alles zerstörenden, bittersüßen Sound zu erzielen, der den gesamten Raum einnimmt. Ich drücke mein Kinn noch tiefer in die Mulde an dem kleinen Instrument, spüre die Vibration der Seiten, das Schaben der Rosshaare über dem Metall. Mit geschlossenen Augen gehe ich voll und ganz in der Melodie auf, die mich schon seit so vielen Jahrhunderten begleitet. Ich brauche keine anderen Mitspieler, keine Instrumente, die meines unterstützen. Die Violine allein ist stark genug, um jeden in die Knie zu zwingen, zumindest auf sonorer Ebene. Ein Mollakkord nach dem anderen ertönt und dringt in meinen Körper. Die Musik ist das Einzige, das mich seit geraumer Zeit berühren kann. Es sind nicht die Leute in meiner Umgebung. Nicht die Bücher, die ich lese und darin so verzweifelt nach einem Sinn für meine Existenz suche. Es ist einzig und allein der Klang meiner Violine. Ich würde am liebsten mitsingen, doch meine Stimme ist nicht stark genug, um die verzweifelten Klänge zu unterstützen. Sie würde sie angreifen, den wunderbar düsteren Moment zerstören, den ich erzeuge. Lange zu leben ist für die einen ein Geschenk, aber in Wahrheit ist es ein Kampf. Jeden Tag aufs Neue zu erwachen und festzustellen, dass das alles kein Ende haben wird. Dass die Menschen, die einem nahe standen, längst zu Staub zerfallen sind. Dass Zeit ein dehnbarer Begriff ist, wenn man schon so lange lebt. Und auch, dass man jeden Funken Freude mitnehmen muss, den man findet. Oder Menschen seine Aufmerksamkeit schenkt, die einen nach so langer Zeit noch überraschen. Abigail flackert durch mein Gedankenkonstrukt. In meiner Vorstellungskraft ist sie im Raum. Sieht mir zu und ich spiele für sie. In dem Moment, als sie näher tritt, zerreißt ein rhythmischer Beat die Stille des Gebäudes. Ich beende mein Spiel mit einem Schlussakkord, setze dann den Bogen ab und öffne die Augen. Ich bin noch immer allein in der steinernen Halle, in der ich stets zu üben pflege. Denn hier habe ich aufgrund der Aufteilung des Raumes die beste Akustik in der gesamten Akademie. Allerdings nützt mir das nichts, wenn irgendein Idiot Techno anmacht. Mit rollenden Augen packe ich meine Violine wieder ein, verschließe sie hinter dem Glasschrank, zu dem nur ich einen Schlüssel besitze, und begebe mich dann nach draußen. Eine Etage höher befindet sich ein Gemeinschaftsraum, in dem sich viele oft versammeln, um sich zu vergnügen, vor allem aber, um zu trinken. All die Opfer, die sie sich angeln, bringen sie hierher. Nicht selten haben kleine Orgien stattgefunden. Zu meinem Glück ist das diesmal nicht der Fall. Nur drei niedrigrangige Vampire tummeln sich auf den Sofas und lachen miteinander. Ich passiere sie, ohne sie eines Blickes zu würdigen, auf dem Weg zu den Treppen auf der anderen Seite, die gewendelt in die letzte Ebene hinabführen. Hi, Lucien, ruft mir eine Vampirin hinterher, die mir schon seit geraumer Zeit auf die Nerven fällt. Sie ist erst kürzlich erwacht und hat noch nicht die Erfahrung, um ihre Stellung einzuschätzen. Eigentlich sollte sie mich anders ansprechen. Nova, frage ich und drehe mich zu ihr um. Ich wollte nur sagen, dass du wunderschön gespielt hast. Wenn ihr Herz noch schlagen und Blut in ihre Adern pumpen würde, wären ihre Wangen nun rot. Da das nicht der Fall ist, bleibt sie leichenblass. Uninteressant. Danke, sage ich und möchte mich wieder zum Gehen wenden. Da steht James von der Couch auf, auf der er eben noch gelümmelt hat. Das ist Blake, der Musik hört, berichtet er. Wir haben ihm gesagt, dass du gerade übst und nicht gestört werden willst, aber er hat nicht auf uns gehört. Das wundert mich nicht. Ihr habt keine Fehler begangen, sage ich und blicke sie alle an, woraufhin sie sofort verstumm. Zumindest wissen sie, wo ihr Platz ist. Ich werde mich darum kümmern. James läuft mir nach und schneidet mir den Weg ab. Er sieht mich an wie ein Kind, das eine gute Note in der letzten Prüfung geschrieben hat. Hast du es schon mitbekommen? Blake hat sie geknackt, sagt er mit einem Grinsen, das seine Fangzähne entblößt. Das glaube ich kaum, erwidere ich und denke zurück an unseren Blutspur. Wenn Blake ihn erfüllt hätte, wüsste ich davon. Hat er aber gesagt, hakt James nach. Er ist noch jung, keine hundert Jahre alt und benimmt sich dementsprechend. Ihr solltet nicht so leichtgläubig sein, gebe ich ihnen allen mit auf den Weg, bevor ich verschwinde. Im Hintergrund höre ich, wie James ein Glas mit Blut füllt. Zu dem Thema werde ich nochmal mit ihn sprechen müssen. Aber das hat noch Zeit. Jetzt muss ich mich erstmal um Blake kümmern. Ich nehme die Treppen ins unterste Stockwerk. Durch die Tür kann ich Musik spielen hören. Blake ist selten rücksichtsvoll und nimmt keine Kopfhörer. Stattdessen hämmert der Dubstep-Beat durch die Ebene, als würde jemand eine Party schmeißen. Ich reiße die Tür auf, nur um festzustellen, dass ich recht habe. Blake schmeißt eine Party, zumindest für seine Verhältnisse. Sein Bett ist von Blut getränkt. Vor ihm liegt eine zarte Fee. Es ist genau dieselbe wie letzte Nacht. Und er nimmt sie von hinten, während er an ihrem Hals saugt. Mit ausdrucksloser Miene bleibe ich in der Tür stehen, lehne mich gegen den Rahmen und sehe dabei zu, wie er das junge Ding um den Verstand bringt. Seine Bewegungen sind kraftvoll und geschmeidig. Es ist ohne Zweifel, dass er ihr Vergnügen bereitet. Er spielt zu gerne mit seinen Opfern. Während er ihnen unten den Himmel schenkt, entreißt er ihnen oben ihre Lebenskraft. Irgendwann bekommt er mit, dass ich im Türrahmen stehe und grinst mich an. Hallo Bruder, möchtest du dich uns anschließen? Ich betrete das Zimmer und bemerke jetzt erst, dass auf einem der Ohrensessel eine andere hockt. An ihrem Hals sind deutliche Blutspuren zu erkennen. Sie scheint bewusstlos zu sein. In der ist noch was drin. Bedien dich ruhig. Sie schmeckt köstlich. Langsam schließe ich die Tür hinter mir, bis sie ins Schloss klickt. Ich glaube, ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Sage ich bitter ernst. Blake achtet nicht auf meine Worte, packt die Hüften der kleinen Elfe und stößt zu. Soweit ich mich erinnern kann, sagte ich dir, dass du vorerst die Finger von den Elfen lassen sollst. Sage ich ruhig und so leise, dass man meine Worte außerhalb des Zimmers nicht hören kann. Blake allerdings kann mich hören, doch er reagiert nicht. Er hat zu viel Spaß daran, das kleine Ding zu nehmen. Wie kommt es also, dass ich schon wieder dasselbe Mädchen in deinem Zimmer sehe? Sie wollte es so, sagt er, greift an ihren Hals und sie stöhnt vor Freude auf. Er dreht ihren Kopf, sodass sie in meine Richtung sieht. Siehst du, es gefällt ihr. Ich seufze tief. Wenn du nicht mitmachen willst, mach die Tür wieder zu, befiehlt Blake und macht weiter. Ich würde ihm am liebsten den Kopf abreißen, aber ich belasse es bei einem finsteren Blick und gehe nach draußen. Ich werde ihn später in Ruhe zur Rede stellen. Dann fällt mir ein, wieso ich eigentlich zu ihm gegangen bin und mache die Tür wieder auf. Netter Versuch übrigens, aber ich weiß, dass du Abigail noch nicht geknackt hast. Blake hält plötzlich inne und zieht mich an. Habe ich. Ich zeige ihm mein Handgelenk, in dem der Schwur noch steckt. Hast du nicht. Er grinst. Werde ich aber. Heute noch. Ich war kurz davor. Kurz davor heißt aber noch nicht gewonnen, mache ich deutlich. Oh, aber ich werde gewinnen. Du wirst es schon sehen, Bruder. Versuch es nur. Ich schließe die Tür hinter mir und begebe mich nach oben. Den anderen, die im Gemeinschaftsraum herumlümmeln, schenke ich keinerlei Beachtung. Stattdessen zieht mich ein Gedanke nach draußen in die Nacht. Abigail. Ist sie ihm wirklich schon verfallen? Oder kann sie seinen Verführungskünsten noch standhalten? Und wieso interessiert mich das überhaupt? Kapitel 4 Abigail. Mein Herz klopft schneller, als ich in meinem Zimmer ankomme und von innen abschließe. Ich zünde nur ein paar Kerzen an, weil ich die richtige Stimmung brauche, um das zu tun, was ich gleich tun werde. Meine Hände sind etwas zittrig, als ich das erste Tagebuch in die Hand nehme. Ich sitze an meinem Schreibtisch, so wie Mom es immer getan hat, wenn sie darin geschrieben hat. Das Tagebuch ist in DIN A5 Größe. Es ist in Leder eingebunden, mit einem längeren Band, das mehrfach um die schmale Seite herumgeschlungen und verknotet wird. Ich schlage den Einband mit einem Knirschen auf. Auf der ersten Seite befindet sich eine Zeichnung mit der Nummer 93 darin. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Mom muss im Jahr zwei bis drei dieser Bücher mit ihren Gedanken vollgekriegt haben, wenn sie schon fast bei Nummer 100 angekommen war. Das Datum steht auch darunter. März 2023 bis… Darunter ist noch ein freies Feld. Ich nehme mir einen Stift zur Hand und ergänze Oktober 2023. Mehr wird schließlich nicht kommen. Dann blättere ich zum ersten Eintrag. Es ist der 14. März diesen Jahres, in dem das Buch beginnt. Und obwohl ich anfangs Sorge hatte, was ich vorfinden werde, fühle ich mich sofort geborgen, als ich die ersten Zeilen lese. Das Tagebuch ist genauso geschrieben, wie Mom immer geredet hat und ich höre ihre Stimme in meinen Ohren, während ich den Eintrag lese. Liebe Abby, ich weiß, dass du mich dafür hasst, dass ich unsere Familie verlassen habe. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich schlage das Buch zu, unfähig zu denken, zu handeln oder irgendetwas zu tun. Langsam öffne ich es wieder und lese die erste Zeile nochmal. Tatsächlich. Mom hat mir geschrieben. Das Tagebuch ist an mich adressiert. Dabei weiß sie doch, dass es nie jemand lesen wird. Oder hat sie gehofft, dass ich es lesen werde? Du wirst es mir niemals glauben, aber ich liebe dich mehr als mein Leben. Das habe ich immer und das werde ich immer. Tränen sammeln sich in meinen Augen. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Gebannt lese ich weiter. Ich bin nun schon dreieinhalb Jahre an der Akademie und noch immer hast du mir nicht verziehen. Aber ich weiß, dass du das eines Tages wirst. Denn du wirst die Wahrheit herausfinden. Und dann wirst du verstehen. Ich atme tief aus, weil es härter ist als gedacht. An diesem Ort ist vieles anders, als es scheint. Du wirst eines Tages hier sein. All das sehen, was ich gesehen habe, schon als junge Frau. Du wirst lieben. Du wirst weinen, lachen und verzweifeln. Du wirst dich selbst hassen für das, was du fühlst und tust. Du wirst anderen helfen wollen und dann wieder so egoistisch sein, weil du etwas haben willst, das du nicht haben kannst. Und all das ist okay. Hörst du, Abby? Es ist in Ordnung. Ich muss den ganzen Absatz nochmal lesen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich halluziniere oder nicht. Nachdem ich ihn ein drittes Mal gelesen habe, wird mir klar, dass Mom das alles tatsächlich geschrieben hat. Als wären ihre Worte an mich gerichtet, schrieb sie ihr Tagebuch. Sie spricht von Geheimnissen, von verborgenen Dingen, die ich herausfinden werde. Ich hoffe sehr, dass du recht hast, Mom. Wenn du diesen Tagebucheintrag liest, werde ich tot sein. Ich weiß, dass du traurig bist, dass du dir dein Leben anders vorgestellt hast. Aber es wird der Punkt kommen, an dem du verstehst, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich musste hierher zurückkehren und wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen. In meinen Tagebüchern. Lies bitte nicht alle auf einmal. Lass dir Zeit, dann wirst du es leichter verkraften können. In Liebe, Mom. Ist das ihr Ernst? Rufe ich fassungslos und schlage das Buch zu. Ist das ihr fucking Ernst? Wut ballt sich in meiner Brust zusammen wie ein Gewitter. Meine Hände zittern, kribbeln vor lauter Anspannung. Mir ist danach zu schreien und gleichzeitig dringen Tränen aus meinen Augen. Mom hat es gewusst. Sie wusste, dass sie sterben wird. Wieso hat sie nichts gesagt? Ich nehme das Tagebuch in die Hand und schlage es mit voller Kraft auf den Boden. Es klatscht, geht allerdings nicht kaputt. Ich würde so gerne aufstehen, es in die Hand nehmen, die Seiten zerreißen und Konfetti daraus machen. Aber ich weiß, dass mich das nicht glücklicher machen wird. Ganz im Gegenteil. Denn dann werde ich niemals erfahren, was passiert ist. Und ich werde mich und sie für immer hassen. Statt meine Wut an einem Tagebuch auszulassen, laufe ich im Zimmer auf und ab. Dabei versuche ich zu atmen, um diese Wallungen, die meine Brust erreichen, irgendwie zu beruhigen. Warum hast du das getan? Frage ich in den Raum, obwohl Mom nicht da ist. Aber vielleicht ist sie doch da und hört mir zu. Es gibt so vieles, das ich ihr gerne sagen würde. Doch ich drossle meine Wut und nehme stattdessen das Tagebuch wieder zur Hand. Nur um es gleich darauf im Schubfach meines Schreibtisches einzuschließen. Sie hat recht. Ich kann nicht viel davon lesen. Jetzt gerade bin ich nicht dazu in der Lage, irgendetwas aufzunehmen. Ich muss erst mal mit diesen Gefühlen klarkommen, die meinen Körper überrollen. Jetzt wäre der perfekte Moment für einen Spaziergang in der Natur mit unserem alten Bluthund Rocky. Doch der ist nicht hier. Dann gehe ich eben allein. Beim Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass ich sowieso mit Charlie verabredet bin. Zwar erst in zwei Stunden, aber bis dahin kann ich ja noch ein bisschen umherlaufen. Für ein Date mit ihm, auch wenn es nur ein Freundschaftliches wird, habe ich gerade eigentlich keine Nerven. Andererseits ist er ein echt netter Kerl und könnte mich ablenken. Ich werde wohl doch hingehen. Da die Nacht ein bisschen kälter wird, lege ich mir den Umhang über die Schultern. Ich werde eine Weile draußen sein und möchte nicht frieren. Außerdem wäre es ganz nett, nicht erkannt zu werden. Auf meinem Weg die Treppenstufen nach unten höre ich, dass die Mädels eifrig am Quatschen sind. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum versammelt, chillen auf den Sesseln und Sofas, trinken etwas, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es Alkohol ist und warten sicher darauf, dass die Vampire für ein bisschen Spaß vorbeikommen. Heute ist mir absolut nicht danach, irgendjemanden von denen zu sehen. Vor allem nicht Blake. Nach seinem Verführungsüberfall nach der letzten Stunde möchte ich ihm auf keinen Fall über den Weg laufen. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick zu den Mädels und erkenne Imogen und ihre Freundinnen, die gerade miteinander tuscheln. Ich will gar nicht wissen, worum es geht. Stattdessen drücke ich die Tür auf und werde von frischer, kühler Luft empfangen. Die Tür schwingt hinter mir wieder zu. Tief atme ich ein und aus. Es wird sofort besser. Die Nacht ist klar und der Himmel wolkenlos. Bei einem Blick nach oben erkenne ich sogar ein paar Sternbilder. Doch hier nur herumzustehen bringt mich nicht weiter. Ich muss laufen. Laufen, laufen und nochmals laufen. So gehe ich los, den Kragen des Umhangs hochgeschlagen und meine Schritte knirschen auf dem Kiesbett. Guten Abend, ertönt eine dunkle Stimme hinter mir. Ich bleibe stehen, unwissend, ob ich gemeint bin. Da nichts weiter folgt, gehe ich weiter. Guten Abend, Abigail. Ertönt es und nun bleibe ich doch stehen. Langsam drehe ich mich um und erblicke Lucien. Er steht neben dem Eingang zum Haus des Meeres, lässig an die Steinwand gelehnt, die Beine überkreuzt, die Hände in den Hosentaschen. Er verschmilzt in der Dunkelheit, nur sein blasses Gesicht und seine hellen Augen stechen hervor. Hi, sage ich abweisend. Gerade steht mir nicht der Sinn danach, mich mit vampirischen Verführungskünsten auseinanderzusetzen. Ich will eigentlich niemanden sehen, außer ein paar Bäume und Sterne. Ich erwarte von Lucien, dass er etwas sagt, mich in ein Gespräch zu verwickeln versucht. Doch er steht nur da und sieht mich an. Dabei lässt er seine Aura auf mich wirken, die zugegebenermaßen ziemlich beeindruckend ist. Was stehst du denn da im Dunkeln? Frage ich, als die Stille langsam unangenehm wird. Hast du nichts Besseres zu tun? Ich stehe gerne in der Dunkelheit und beobachte meine Kommiliton. Ich seufze, als mir klar wird, dass ich aus ihm heute nichts rauskriegen werde. Na, dann viel Spaß. Ich wende mich zum Gehen, da sehe ich, wie er sich elegant von der Wand löst. Mit langen Schritten, langsam und souverän, geht er die Stufen nach unten, bis er vor mir steht. Seine Augen nehmen mich sofort gefangen. Sein Blick wandert über mein Gesicht, über meine geröteten Wangen und die vom Weinen verquollenen Augen. Doch ich halte seinen Blick stand und senke ihn nicht. Du solltest in diesem Zustand nicht alleine umherlaufen, sagt er mit einer Stimme, die man nur als verführerisch bezeichnen kann. Du könntest einem Jäger zum Opfer fallen. Ich schnaube, als mir klar wird, worauf er anspielt. Das ist ja echt nett von dir, aber ich bin nicht dieser Art von Frau. Ich kann miterleben, wie sich seine tiefliegenden Augenbrauen im Sekundentakt heben, als würden ihn meine Worte amüsieren. So? Was für eine Art Frau bist du denn nicht? Eine Jungfrau in Nöten, erkläre ich. Du musst mich nicht retten, weil ich nicht gerettet werden will. Jeder möchte gerettet werden, sagt er matt und für einen Moment blicke ich ihn nur an. Von Zeit zu Zeit. Auch du? Sein Ausdruck ist kalt, aber nicht böse. Er blickt neutral auf mich, geheimnisvoll. Vielleicht? Ich weiß nicht, was ich mit seinen Worten anfangen soll. Sie sind genauso mysteriös wie sein Blick, der mich auf eine Art anzieht und auf eine andere abstößt. Lucien ist absolut undurchsichtig und doch fühle ich mich in seiner Nähe deutlich wohler als in Blakes. Er steht vor mir, ohne Anstalten zu machen, mich in irgendeiner Form manipulieren zu wollen. Er sieht mich nur an und ich blicke zurück. Und dann sehe ich es. Die Ähnlichkeit. Seine Augen. Es sind genau dieselben, die mich am Tag von Moms Beerdigung gemustert haben. Wir standen an ihrem Grab, beide ohne Schirm, mitten im strömenden Regen. Schon damals hat er mich angesehen, als würde er durch meine Augen in meine Seele blicken. Du warst das, oder? Am Grab meiner Mutter, sage ich leise und warte auf eine Reaktion. Und wenn es so ist? Warst du es oder nicht? Entgegne ich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, sagt er und gibt mir damit Rätsel auf. Er als Person ist sowieso ein einziges Rätsel. Aber leider eines, das ich gerne entschlüsseln würde. Er schafft es sogar, mir ein Lächeln abzugewinnen. Wenn es so ist, hätte ich da ein paar Fragen an dich. Und wenn nicht, dann möchte ich lieber nicht mehr mit dir reden. Nimm es mir nicht übel, aber ich habe gerade andere Sorgen und keine Zeit für Spielchen. Sein Blick wandert über meine Wange hinab zu meinen Lippen und wieder hinauf zu meinen Augen. Ich habe kein Interesse an Spielchen, antwortet er mit rauer Stimme. Leider kann ich spüren, dass die Art, wie er spricht, mir nahe geht. Er muss mich dafür nicht einmal berühren. Da, wo Blake mich gegen die Wand drücken musste, reicht bei Lucien ein Blick. Das macht ihn so viel gefährlicher, als Blake es jemals sein könnte. Und endlich verstehe ich, was Maisie über ihn gesagt hat. Lucien ist der Anführer der Vampire, weil er nicht viel tun muss, um Eindruck zu erwecken. Es ist diese düstere Aura, die ihn umgibt, wie ein Magnet, von dem man sich nicht fernhalten kann. Ohne es mitbekommen zu haben, bin ich näher getreten, sehe hinauf in sein Gesicht, in dem sich kaum etwas regt. Nur seine Augen fahren langsam mein Gesicht hinab. Und dann sehe ich es. Seine Mundwinkel heben sich. Nur ganz wenig. Kaum merklich. Er sieht aus, als hätte er seit hundert Jahren nicht gelacht. Woran hast du denn Interesse? Frage ich ihn. Ich habe es plötzlich gar nicht mehr eilig, alleine spazieren zu gehen. Du bist die Erste seit zwanzig Jahren, der mich das fragt. Erwidert er und sein Blick wird tiefer, gründlicher. Warum interessiert dich das? Ich weiß nicht, entgegne ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir was gemeinsam haben. In seiner Gegenwart fühle ich mich ruhig, geerdet und auch die Wut über Mom und diesen schrecklichen Tagebucheintrag ist verflogen, verpufft, als hätte Lucien sie mir genommen. Was zurückbleibt, bin ich und dieses leichte Herzklopfen, das er verursacht. Es ist nicht zu stark, aber stärker als gewöhnlich. Es wühlt mich nicht auf, sodass ich sofort von hier weg will. Es ist wie ein leichtes Kribbeln, als würde jemand ganz zaghaft über die Haut streichen. Wolltest du nicht spazieren gehen? Seine warme Stimme hüllt mich ein, als ich noch einen Schritt näher trete. Wollte ich, sage ich heiser. Und das werde ich jetzt auch. Ruf meinen Namen, wenn du doch gerettet werden willst, murmelt er und nun sehe ich es ganz deutlich. Seine Mundwinkel sind erhoben. Er lächelt. Sollte ich einem Monster begegnen, komme ich darauf zurück. Es tut mir leid, dass sie fort ist, sagt er plötzlich und ich weiß ganz genau, wen er meint. Aber der Tod ist nicht so endgültig, wie du denkst, Abby. Meine Augenbrauen ziehen sich zusammen, als ich begreife, dass er mir etwas über meine Mutter mitteilen will. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Lucien streicht sich durch sein dunkles Haar, wendet sich ab und ehe ich fragen kann, was er gemeint hat, ist er verschwunden. Einfach mit der Dunkelheit verschmolzen, als hätte er sich darin aufgelöst. Na toll, jetzt muss ich doch wieder mit ihm reden, geht es mir durch den Kopf. Obwohl Lucien genauso verflucht wie Blake ist und definitiv eine Gefahr für mich, muss ich an ihm dranbleiben. Lucien weiß mehr. Er ist vielleicht der Einzige, der mir helfen kann, das Rätsel um Mom zu lösen. Denn es muss einen Grund haben, wieso er an ihrem Grab stand, während die anderen sich im Hintergrund aufgehalten haben. Kapitel 5 Abigail Eine ganze Weile marschiere ich über den Campus. Ich laufe fernab der Hauptwege und manchmal sogar neben dem Kiesbett, um nicht unnötige Geräusche zu machen. Meine Lust auf Gespräche ist gleich null. Ich möchte einfach nur alleine sein und meine Gedanken kreisen lassen, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann verflüchtigen. Dass ich die Wut, die ich gegen Mom hege, zumindest ein bisschen ablegen kann. Kaum ist Lucien weg, kommt sie wieder. Meine Gedanken sind frei und mit ihnen auch all die schlechten Gefühle, die meinen Körper rauf und runter rauschen. Es ist mir unbegreiflich, wieso Mom das alles getan hat. Wieso sie gegangen ist, ohne etwas zu sagen, obwohl sie es wusste. Du wirst es eines Tages verstehen. Ich schnaube verächtlich, weil das so typisch für sie ist. Sie hat immer schon gerne rätselhaft gesprochen. Als Kind fand ich es super, dass sie sich Spiele ausgedacht hat, die wir gemeinsam machen können. Doch jetzt muss ich leider feststellen, dass sie die meiste Zeit nur an sich selbst gedacht hat. Obgleich sie schreibt, dass sie mich über alles liebt, ist sie verschwunden, ohne sich zu verabschieden. Ohne mir persönlich zu sagen, was ihr verdammtes Problem ist. Ich kicke gegen einen Stein, nur um festzustellen, dass dieser deutlich schwerer und größer ist als erwartet. Aua, verdammt, presse ich hervor, als der Schmerz meinen großen Zeh übermannt. Doch er ist nicht genug. Ich würde so gerne gegen noch viele weitere Steine treten, um dieses Gefühl der Hilflosigkeit loszuwerden. Ja, ich bin hierher gekommen, um das Rätsel über Moms Tod aufzuklären. Doch schon jetzt, ein paar Tage nach meiner Ankunft, muss ich feststellen, dass sie bis zum Hals mit drin gesteckt hat. Sie wurde nicht plötzlich krank und ist verstorben, ohne sich melden zu können. Es geht um etwas ganz anderes, etwas Geheimes, das sie offenbar nicht mal direkt in ihre Tagebücher schreiben konnte. Du musst es selbst herausfinden, Abby, hat sie geschrieben. In dem Wissen, dass ich Rätsel liebe und jedem von ihnen nachgehen werde. Aber das hier ist etwas anderes. Das ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Wortwörtlich. Wenn es ihr wirklich so gefährlich ist, wie Mom andeutet, warum wollte sie dann unbedingt, dass ich hierher komme? Ich seufze angestrengt. Mittlerweile bin ich nahe des Waldes. Der Weg schlängelt sich an einer Strauchkante entlang. Irgendwas wollte ich doch hier. Ach ja, Charlie. Ich blicke auf mein Handy und stelle fest, dass ich viel zu lange gelaufen bin. Es sind über zwei Stunden vergangen. Charlie wartet sicher längst auf mich. Der Wald empfängt mich mit Stille. Es ist so angenehm, nur das leise Rauschen der Bäume zu hören. Ich habe erwartet, dass ich mich sofort heimisch fühle. Geborgen. Ruhig. Zum Teil stimmt das auch, aber bei Lucien ist dieses Gefühl stärker. Ich schüttle den Kopf, um die zärtlichen Gedanken an ihn loszuwerden. Ich habe keine Ahnung, wer er ist und was für Fähigkeiten er besitzt. Er kann mich sicher genauso gut manipulieren, wie Blake mich verführen will. Ich kann ihm nicht vertrauen. Denn jemand, der es gut mit mir meint, würde mir die Wahrheit sagen und mir nicht noch weitere Rätsel aufgeben. Vielleicht ist das aber auch so ein Ding an dieser Akademie. Der mulchige Waldboden unter meinen Füßen knirscht und knackt, als ich darüber laufe. In der Ferne höre ich ein Kreuzchen rufen. Es sind noch mehr Geräusche von Tieren, die allerdings sehr leise sind. Mehr wie ein Huschen, hier und da ein Rascheln. Und dann die Bäume, wie sie sich sanft im Wind wiegen und dabei klingen, als würden sie sich unterhalten. Und plötzlich steht da etwas. Eine Gestalt im Schutze der Dunkelheit. Ich bin es gewohnt, bei Dämmerung und Nacht durch die Wälder zu laufen. Meine Augen sind deutlich besser als die vieler anderer Menschen. Dennoch kann ich nur vage Umrisse erkennen. Du bist ganz schön spät, sagt die Stimme und ich atme erleichtert aus. Es ist Charlie. Er kommt näher und nun erkenne ich auch das Grinsen auf seinem Gesicht. Ich habe vor einer Stunde mit dir gerechnet. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert, sage ich entschuldigend. Aber ich bin jetzt da. Wenn du möchtest, können wir einen Spaziergang machen. Erstmal zeige ich dir das Camp. Okay, wo ist das denn? Wir Lykaner haben zwar auch ein Verbindungshaus in der Nähe des Waldes, aber eigentlich sind wir dort eher selten. Die meiste Zeit halten wir uns hier auf. Komm, ich zeige dir alles. Er greift nach meinem Handgelenk, als würde er mit mir Händchen halten wollen. Nein. Die Berührung ist nicht unangenehm. Sie kommt mir in dieser Situation aber nicht ganz passend vor. Ich entziehe sie ihm nicht, weil ich ihn wirklich sehr mag. Charlie scheint der einzige Normale an dieser Akademie zu sein. Neben Maisie vielleicht. Charlie hat eine nördige Ausstrahlung, aber auf eine gute Art und Weise. Er könnte bestimmt mal Vertrauensstudent werden. Auf jeden Fall war er bisher sehr nett zu mir und hat mir alles erklärt. Er hätte in dieser Zeit auch etwas anderes machen können, aber er hat sich dafür entschieden, nett zu sein. Genauso nett, wie es von ihm ist, mir jetzt den Wald zu zeigen. Um diese Uhrzeit ist hier niemand mehr. Die anderen Häuser wissen, was nachts passieren kann. Ein gefährliches Lächeln tritt auf seine Lippen. Ich denke darüber nach, meine eben noch dagewesene Einschätzungen von ihm zu revidieren. Was kann denn passieren? Nachts ist das hier kein freier Ort. Wir Lykaner haben die Erlaubnis, andere Häuser fernzuhalten. Aber keine Angst, ich beschütze dich. Ein unsicheres Lächeln tritt auf mein Gesicht. Okay. Du musst dir keine Sorgen machen, Abby. Niemand wird dir etwas antun, wenn du mit mir hier bist. Es sieht so aus, als wäre er stolz darauf, mich an seiner Seite zu haben. Ich werde dich beschützen. Ich verkneife mir ein Lachen, weil ich das Thema vorhin mit Lycien schon gehabt habe. Es haben die Männer nur mit ihrem Beschützerinstinkt. Als ob eine Frau nicht auf sich selbst aufpassen kann. Wollten wir nicht einen Spaziergang machen? Frage ich, als ich in der Ferne ein Lagerfeuer entdecke. Mitten im Wald, in der Dunkelheit. Es kommt mir vor, als betrete ich eine vollkommen fremde Welt. Es ist ganz offensichtlich, dass ich nicht hierher gehöre. Den machen wir auch. Ich zeige dir den schönsten Ort in diesem Wald. Du wirst Augen machen. Ich lächle und lasse mich von ihm in Richtung Lagerfeuer führen. Es ist eine kleine Lichtung, die übervoll mit Leuten ist. Es sieht aus, als würden sie eine Party feiern, gemütlich beisammensitzen, quatschen, trinken, rauchen und Späße machen. Wie ein Festival, nur mit Gitarrenmusik und keiner großen Bühne. Ich kann die Leute nicht zählen, dafür sind das zu viele. Aber ich schätze, es müssten so 50 sein. Überwiegend Männer, aber auch ein paar Frauen. Sie sitzen auf kleinen Holzklötzen um das recht ansehnliche Feuer, sprechen miteinander, während einer von ihnen Gitarre spielt, als wären wir in einem Ferienlager. Das Feuer wirkt nicht bedrohlich, sondern einladend. Leute, das ist Abby, sie ist vor ein paar Tagen angekommen, stellt mich Charlie ungefragt vor. Einige der Lykaner schauen nur kurz zu mir und wenden sich dann wieder ihren Dingen zu. Der Großteil der Leute beachtet uns nicht. Als hätten sie Charlie nicht gehört. Wir stehen da, erblickt auf die Gruppe, doch niemand scheint sich für uns zu interessieren. Und das erste Mal sehe ich in Charlies Gesicht Unsicherheit. Ich weiß nicht, was er sich erhofft hat, aber diese Reaktion scheint es definitiv nicht zu sein. Sie ist neu an der Akademie und ich zeige ihr alles, fügt Charlie hinzu, als würden uns alle zuhören. Doch es folgt noch immer keine Reaktion. Sie wollte den Wald sehen, ich werde ihn ja auch zeigen. Sie ist eine gute Freundin. Noch immer keine Reaktion. Alle können ihn hören, doch sie zeigen uns die kalte Schulter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das mit Absicht machen. Und auf einmal tut Charlie mir leid. Er wird neben mir immer größer, versucht sich aufrecht hinzustellen, die Brust rauszudrücken, doch auch das bringt nichts. Also dann, bis später, Freunde, ruft er mit einem Lächeln, doch noch immer folgt keine Reaktion. Sie mögen Fremde nicht so, erklärt Charlie mir mit einem Lächeln, als er nach meinem Ärmel greift. Also dann, gehen wir spazieren. Diesmal nimmt er wirklich meine Hand. Unsere Finger verschränken sich ineinander, als er mich mit sich zieht. Fernab vom warmen, hellen Feuer führt er mich tiefer in den Wald hinein. Die Klänge der Gitarrenmusik und das Murmeln der Gespräche verstummen langsam. Charlie sagt nichts, während wir immer tiefer in den Wald marschieren. So gut, wie ich mich anfangs in seiner Gegenwart gefühlt habe, so unwohl ist mir jetzt. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hier bin. Alles ist stockfinster und Charlie lässt meine Hand einfach nicht los. Plötzlich sind sie wieder da, nur im Bruchteil von Sekunden. Die verzerrten Bilder, die in meinem Kopf ablaufen, wie ein zu schnell vorgespulter Film. Ich höre Knochen knacken, Zähne, die sich in Fleisch fressen, das Heulen eines Wolfes und dann sein Weinen. Charlie hat sich verändert. Er hat eine ganz andere Ausstrahlung bekommen, seitdem wir in das Camp gegangen sind. Hart und auch irgendwie wütend. Sie haben keine Ahnung, was ich alles für Sie tue, murmelt er und mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Ist es noch weit? Frage ich, weil ich die Orientierung komplett verloren habe. Es wird immer kälter und dunkler, je weiter wir uns in den Wald begeben. Ich meine den Ort, den du mir zeigen wolltest. Nur noch ein bisschen, sagt er und auch seine Stimme klingt irgendwie verändert. Normalerweise ist seine Klangfarbe hoch und freundlich, doch jetzt ist sie tiefer und rauer, als hätte er einen Filter über seine Stimme gelegt. Ich habe mittlerweile eine Gänsehaut auf dem ganzen Körper. Ob vor Sorge oder Kälte, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall fühle ich mich nicht mehr wohl. Als wir über ein paar am Boden liegende Stämme steigen, schaffe ich es, Charlie meine Hand zu entziehen, die ich zum Abstützen brauche. Ich habe nicht vor, sie ihm wiederzugeben. Stattdessen schlinge ich den Mantel um meinen Oberkörper und versuche, tief und ruhig zu atmen. Charlie? Frage ich, als es nicht mehr geht. Er bleibt kurz stehen, sieht mich allerdings nicht an. Mir ist ganz schön kalt, können wir zurückgehen? Nein. Er geht weiter, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Was? Frage ich perplex, als er sich immer weiter entfernt. Charlie? Bist das noch du? Das Kribbeln in meinem Nacken breitet sich zu kaltem Schweiß aus. Charlies Rücken wirkt irgendwie krumm, als wäre ihm ein Buckel gewachsen. In meinem Magen fühlt es sich an, als würden dutzende Steine darin liegen. Meine Beine werden schwerer, ich kann nicht mehr weitergehen. Warum willst du weg von mir? fragt Charlie wie aus dem Nichts. Seine Stimme klingt eiskalt. Ich will nicht weg von dir, aber ich friere, versuche ich mich zu erklären. Wir erreichen eine winzige Lichtung voll umgestürzter Bäume. Weit und breit ist kein Pfad, kein anderes Lebewesen, nur Dunkelheit und das beängstigende Knirschen und Knacken unter unseren Füßen. Ich bringe dich zurück, sobald ich dir alles gezeigt habe, sagt Charlie und geht auf mich zu, um nach meiner Hand zu greifen. Ich halte sie vor meiner Brust verschränkt und sehe ihn vorsichtig an. Was ist los mit dir? Was soll los sein? kontert er schnippisch. Du bist so anders, seit wir im Camp waren. Es ist alles gut, sagt er und unternimmt nochmal einen Versuch, nach meiner Hand zu greifen. Nein, ist es nicht. Du brauchst mir nichts vorzuspielen. Ich kann sehen, dass du traurig bist, sage ich und habe das Gefühl, dass meine Worte ihn treffen. Er schnaubt, knirscht mit den Zähnen und weicht meinem Blick aus. Sie waren nicht sehr nett zu dir, spreche ich deutlich das aus, was er sich vielleicht nicht auszusprechen wagt. Sind sie immer so? Ein kurzes Lächeln huscht über seine Lippen. Es ist alles gut, wiederholt er nochmal, obwohl es gar nicht zur Situation passt. Vielleicht solltest du mal mit jemandem, keine Ahnung, darüber reden? Er lacht, doch es klingt mehr wie ein Ausruf. Und wer sollte das sein? Ich zucke mit den Achseln. Ich weiß nicht, vielleicht Ryder. Wieder dieses Lachen, diesmal lauter. als ob er mir zuhört. Plötzlich ist alles so kalt, dass ich spüre, wie meine Knie zu zittern beginnen. Meine Lippen beben und ich sehe mich vorsichtig um, weil ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Charlie verändert sich weiter. Sein ganzer Körper hat eine andere Form angenommen. Er steht nun gebückt, die Arme abgespreizt, die Knie eingeknickt. Sein Buckel wächst weiter. Auch in seinem Gesicht sind einige Veränderungen. Sein Unterkiefer schiebt sich immer weiter vor, während seine Augen in die Höhle versinken. In meiner Brust wird es so eng, dass ich kaum atmen kann. Charlie schnauft leise, wie ein wildes Tier kurz vor dem Sprung. Und dann fixieren mich seine Augen. Er ist ein Tier. Nicht mehr der nette Kerl, der mich in diesen Wald geführt hat. Er ist jetzt ein anderer. Aus seinem Mund dringt ein lautes Brüllen. Es klingt nicht menschlich, aber auch nicht tierisch. Es ist eine Zwischenform, die mich überrollt wie ein eisiger Wasserfall. Charlie? Frage ich mit ängstlicher Stimme, als er seine Lippen teilt und Reißzähne zum Vorschein kommen. Mit einem Satz jagt er auf mich zu. Ich nehme die Beine in die Hand und renne los, springe über am Boden liegende Äste, Baumstämme, reiße mir die Kleidung an Zweigen auf und flitze so schnell ich kann. Adrenalin schießt durch meine Wehen. Ich renne und renne, fort von dem Monster, das mich verfolgt. Meine Beine stolpern, ich falle hin, stehe wieder auf und renne weiter, auch wenn alles in meinem Körper schon brennt. Die Angst treibt mich vorwärts, genauso wie der Wille zu leben. Lucien? Jetzt könnte ich doch Hilfe gebrauchen. Kapitel 6 Blake Es geht mir gegen den Strich, dass Abigail mir noch nicht verfallen ist. Sie sollte sich längst winden und mich anbetteln, mit ihr auszugehen. Ich habe all meine Verführungskünste spielen lassen, doch sie ist noch immer nicht hier und sucht nach mir. Nicht so wie Ivy, meine kleine Fee, die pünktlich zu meinem Erwachen vor der Tür gestanden hat. Sie war so leicht zu knacken, dass es fast schon langweilig war. Natürlich habe ich durchaus meinen Spaß mit ihr, aber es war zu leicht. Ich bin ein Jäger, ich muss jagen und wenn ich meine Beute zu schnell bekomme, verliere ich die Lust an ihr. Abigail aber hat meinen Jagdinstinkt geweckt. Sie ziert sich, sie verspottet mich, versucht sich mir zu widersetzen. Und genau das macht sie so unglaublich sexy, denn auch an diesem Tag steht sie nicht vor unserer Tür, um vor mir auf die Knie zu sinken. Sie läuft irgendwo herum und versucht vor dem zu fliehen, was zwischen uns gewachsen ist. Doch sie wird nicht ewig davonlaufen können. Ich werde sie so lange jagen, bis ich sie bekommen habe. Von James weiß ich, dass er sie in den Wald hat gehen sehen. Sie ist auf dem Weg zu den Lykanern. Vermutlich zu diesem unbedeuteten Omega Charlie, mit dem sie in Wirtschaft zusammengesessen hat. Ich war dabei, als sie sich verabredet haben. Doch meine kleine Liaison mit Ivy hat dafür gesorgt, dass ich Abby nicht rechtzeitig abpassen konnte. Sie ist nun schon im Wald und ich darf ihn nicht betreten. Nach Einbruch der Nacht ist es uns Vampiren untersagt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie abgefuckt ich darüber bin. Abigail sollte bei mir sein, sich mir ergeben, mir vertrauen und das genießen, was ich für sie tun kann. Stattdessen ist sie bei diesen Wilden, die nachts den Mond anheulen und nackt durch den Wald rennen. Dabei wissen wir beide, dass sie sich zu mir hingezogen fühlt, mehr als sie jemals zugeben würde. Und ich soll verdammt sein, für immer von Tieren zu trinken, wenn ich sie nicht bis zum Morgengrauen zu der meinen gemacht habe. Vor dem Eingang zum Wald bleibe ich stehen. In der Ferne ist ein Heulen zu vernehmen. Jede Nacht dasselbe Spektakel. Die Lucaner nutzen die Stunden, in denen wir Vampire wach sind, um sich selbst zu profilieren. Die Abscheu bei diesen Wesen lässt mich ausspucken. Nur zu gerne würde ich jetzt sofort die Grenze übertreten, meine Fangzähne ausfahren und einen nach dem anderen austrinken, bis sie alle am Boden liegen. So lange schon warte ich auf diesen Moment. Doch was tue ich stattdessen? Ich stehe hier und blicke in die Dunkelheit, in der mein Mädchen ist. Baby, was findest du nur an diesen Wilden? Plötzlich gelte ein Schrei durch die Stille. Eine Frau kreischt um ihr Leben, der ganze Wald erzittert, Rabenvögel flattern in die Lüfte, Fledermäuse schwirren um die Bäume herum. Der Schrei wird zu mir herangetragen, geht mir einmal durch den Körper und weckt meine ureigensten Instinkte. Ohne zu zögern, durchbreche ich den Kreis. In einer Geschwindigkeit, die niemand mit bloßem Auge verfolgen kann, jage ich durch den Wald, bis ich sie sehe. Abby, sie rennt um ihr Leben. Hinter ihr ein Monster, das sie jagt, ein Formwandler, der nur halb verwandelt ist, halb Mensch, halb Wolfsgestalt. Mit einem Brüllen durchbricht er das Unterholz, erst schneller als sie. Erneut schreit sie, flieht vor Angst und stolpert. Im nächsten Augenblick bin ich bei ihr, fange sie auf, bevor sie fallen kann und sich verletzt. Der Lükaner stoppt, als er mich abblickt und brüllt mit gebleckten Zähnen. Ich erkenne diesen Schlappschwanz sofort wieder. Mit glühend roten Augen lasse ich meine Fangzähne wachsen und fauche. Charlie brüllt lauter, traut sich aber nicht heran. Ich halte ihn mit meinem durchdringenden Knurren auf Distanz, während ich Abby an meine Brust presse, die vor Angst zittert. Sie versucht zu atmen, hyperventiliert. Dieser Idiot hat sie zu Tode geängstigt. Charlie wirkt unsicher, doch er brüllt immer lauter, wühlt mit den Krallen den Boden auf und knurrt, jederzeit zum Sprung bereit. Ich zeige weiter meine Zähne und mache ihm deutlicher, dass er keinen Zentimeter näher treten soll. Ich könnte ihn hier und jetzt zerfetzen, einfach in der Luft zerreißen, bis nicht mehr als ein paar Fellbüschel von ihm übrig sind. Doch er entscheidet sich dagegen. Stattdessen stellt er sich auf die Hinterbeine, legt den Kopf in den Nacken und heult. Sein Ruf heilt durch den ganzen Wald, durch Mark und Bein, durch Bäume und Sträucher, über den Boden und vom Wind getragen. Es dauert keine zwei Sekunden, da antwortet die Meute. Ein Heulen ertönt wie ein Orchester, das den ganzen Wald erzittern lässt. Und ich weiß, dass ich mich beeilen muss. Halt dich fest, Baby, wisper ich Abby zu und sie nickt eifrig. Dann hebe ich sie auf die Arme und renne los. Das Heulen hinter uns wird lauter, sie kommen näher. Es sind Dutzende von ihnen. Aber ich bin schneller als sie, lasse den Wald hinter mir und renne abseits der Hauptwege zurück zum Haus des Blutes. Mit der Kraft meiner Gedanken öffne ich die Tore zum Mausoleum und stoppe erst wieder in meinem schnellen Lauf, als die Türen hinter uns ins Schloss gefallen sind. Stille umfängt uns. Ich höre Abby noch immer schnell atmen. Blake? fragt sie und sieht mich unsicher an. Das arme Ding ist total fertig. Du bist jetzt in Sicherheit, sage ich und trage sie die Treppen nach unten. Auf meinem Weg passieren wie ein paar der Jungs, die alle murmeln und zischen. Sie wissen von meinem Blutschwur mit Lucian. Niemand von ihnen zweifelt mehr daran, dass ich gewinnen werde. Ich war noch nie so nah dran wie jetzt. Abby ist so zerbrechlich und schwach. Ein Lächeln legt sich auf meine Lippen, als mir klar wird, dass das der perfekte Moment ist. Du musst keine Angst haben, Baby. Raune ich ihr zu, als ich sie absetze. Sie ist vollkommen verunsichert. Ihre Beine zittern. Sie atmet noch immer zu schnell. Du musst dich beruhigen. Dann hört das Kribbeln auf. Erkläre ich ihr und setze sie in einem der Uhrensessel ab. Sie versinkt fast darin, obwohl sie eine so starke Frau und kein kleines Mädchen ist. Ich lege ihr eine Decke über die Beine. Sie hält sich die Brust mit der Hand und versucht, sich selbst runterzubringen, indem sie tief und gleichmäßig atmet. Sie sieht noch immer zu Tode geängstigt aus. Dieser Schwachkopf scheint sie mächtig durcheinandergebracht zu haben. Dein erstes Zusammentreffen mit einem Lykaner nehme ich an. Frage ich und schenke ihr ein Glas Wein ein. Für unsere Damenbesucher haben wir stets welchen da, der allerdings genauso rot wie das Blut ist, das wir trinken. So fällt es nicht auf und sie denken, wir trinken auch Wein. Abigail nickt. scheint aber noch immer unfähig zu sprechen. Sie sind widerlich, haarig und voller Flöhe. Mein kleiner Versuch eines Schatzes schlägt fehl. Abby sieht nicht aus, als wäre ihr zum Lachen zumute. Sie hat noch immer Probleme damit, sich zu beruhigen. Mit dem Glas gehe ich zu ihr, hocke mich vor sie und reiche es ihr in die Hand, die noch ein wenig zittert. Trink das. Das wird dir helfen. Ohne zu fragen, was ich ihr gegeben habe, setzt sie das Glas an die Lippen. Dann schnuppert sie daran und gibt es mir zurück. Kein Alkohol. Ich hätte noch roten Kirschsaft im Angebot. Sie nickt schwach. Ich gieße ihr etwas ein und diesmal trinkt sie es auch. Ihre Brust hebt sich noch immer sehr deutlich unter ihrer Bluse. An einigen Stellen ihrer Kleidung sind Risse zu sehen. Sie wird einige Kratzer haben, denn sie duftet nach süßem Blut. Das macht sie noch viel verführerischer als ohnehin schon. Wir sollten deine Wunden versorgen, sonst hast du bald kein Blut mehr im Körper. Sage ich und stehe auf, um an unseren kleinen Notfallschrank zu gehen. Wir haben extra für den Falle, dass wir es ein bisschen übertreiben, einen Erste-Hilfe-Kasten in jeder Etage. Man weiß ja nie, wann eine Dame uns bis an den Rand der Lust bringt. Manche von uns sind so jung und gierig, dass sie gerne mal übertreiben. Es sind nur ein paar Kratzer, sagt Abby mit noch immer bebender Stimme und zeigt mir ihre Arme. Ich habe keine Sorge, dass du wegen der Verletzungen verblutest, aber du riechst für jeden Vampir verführerisch, der sich in diesem Gebäude aufhält. Sie blickt mich mit großen Augen an. Was meinst du? Ach, ach so. Ich nicke ihr lächelnd zu und endlich scheint sie zu begreifen, dass sie hier unter Raubtieren ist. nur sind wir deutlich zivilisierter als die Lucaner, zumindest manchmal. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich auch vor ihnen beschützen. Niemand wird dich anrühren, wenn ich es nicht sage. Abigail wirkt noch immer verunsichert, aber sie sieht mich auf eine ganz neue Art an, und das gefällt mir. Sie beobachtet jeden meiner Handgriffe, als ich ihr Pflaster auf die Kratzer klebe, ein paar Blut- und Schmutzreste abtupfe und auch einen Teil ihres Handgelenks mit einem Verband umwickele. Danke, sagt sie leise, als ich mit allem fertig bin und den Erste-Hilfe-Kasten zurückräume. Schon okay, antworte ich und hocke mich nochmals vor sie, so dass wir auf Augenhöhe sind. Blake, du… Ja, frage ich und blicke sie aufmerksam an. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Sie vertraut mir endlich. Du hättest mich nicht retten müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Danke. Ich bin auch froh, dass du laut genug geschrien hast, damit ich dich hören konnte. Sie presst die Lippen aufeinander. Anscheinend ist dir dieser Teil der Geschichte unangenehm. Keine Sorge, du bist noch immer wunderschön, auch wenn du kreischst wie ein kleines Mädchen. Endlich schiebt sich ein Lächeln auf ihre Lippen, das ich schon die ganze Zeit dort sehen wollte. Sie schmunzelt wegen dem, was ich gesagt habe, wegen mir. Sie beginnt mich zu mögen. Was ist da passiert? fragt sie nach einer Minute des Schweigens, in der ich sie nur ansehe. Hässliche Geschichte, beginne ich zu erklären. Du musst wissen, dass Lykaner alle einen Prozess durchleben, so wie die meisten anderen an dieser Akademie. Ihr seid hier, um vieles zu lernen, das ihr am Leben braucht. Aber bei ihnen ist es mit der Verwandlung schwieriger. Sie wird oft von Emotionen gesteuert, wie Wut, Hass, Liebe und Trauer. Und sie werden davon übermannt, wenn sie noch nicht stark genug sind, das Tier an sich zu kontrollieren. Ich war nicht dabei, aber ich nehme an, dass der junge Charlie sich nur halb verwandelt hat. In diesem Zustand hat er keine Kontrolle über sich. Und du warst dann auch nicht mehr seine Freundin, sondern seine Beute. Abby sieht mich an, als würde sie versuchen, zu begreifen, was ich erkläre, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Das hört sich alles völlig verrückt für dich an. Aber für uns ist das ein vollkommen normales Unterfangen. Das kommt häufiger vor. Nicht alle Lykaner bleiben in der Gruppe. Viele von ihnen müssen sogar wieder die Akademie verlassen, weil sie nicht in die Rudelstrukturen integriert werden. Jemand, der sehr schwach ist, wird schnell zu einem Omega. Das sind die Prügelknaben des Rudels. Und sie bekommen normalerweise nie eine bessere Stellung. Sie werden so lange gemobbt, bis sie irgendwann durchdrehen. Ich war dabei, als sie ihn ignoriert haben, sagt sie leise, und ich rückte noch einen Schritt näher, um ihre Worte zu verstehen. Sie hat so schöne, volle Lippen, die ich gerne küssen würde. Ihre Wangen sind so rot, rosig, belebt von dem süßen Blut, das durch ihre Adern strömt. So ein wunderschönes, zartes Wesen. Sie haben ihn schlecht behandelt. Er war sehr traurig darüber und auch wütend. Dann hat das dazu geführt, dass er sich verwandelt hat. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Ist schon gut, sagt sie und sieht mich direkt an. Ihr Blick huscht von einem Auge in das andere und dann nimmt sie zaghaft meine Hand. Sie kneift die Augen zusammen, als sich unsere Haut berührt, nur um mich dann erstaunt anzublicken. Ich will jetzt in mein Zimmer. Bringst du mich nach draußen? Aber natürlich, Baby, ich bringe dich hin, wo immer du willst. Kannst du laufen? Frage ich, als ich ihr hochhilfe. Ihre Beine sind noch ein bisschen wackelig. Kein Wunder bei dem Tempo, dass sie durch den Wald gerannt ist. Sie muss mehrfach hingefallen sein, denn auch unter ihrer Strumpfhose rieche ich getrocknetes Blut. Nur zu gerne würde ich ihr die Strumpfhose von der blassen Haut ziehen, ihre Wunden mit meinen Lippen versorgen und mich dann einen Weg zwischen ihre Schenkel küssen. Aber das muss noch warten. Ich muss geduldig sein. Sie braucht Zeit und auch wenn ich nicht viel Geduld habe, werde ich versuchen, ihr so viel zu geben, wie ich kann. Auf jeden Fall genieße ich den Moment, in dem sie den Kontakt zu mir sucht und zulässt, dass ich eine Hand an ihre Hüfte lege, während ich ihr Handgelenk greife und es um meine Schultern platziere. Ihre breiten Hüften stoßen gegen mein Bein, während sie versucht zu laufen. Mittlerweile hat sich ihr Puls wieder beruhigt. Zumindest ist er auf einem Level, das man als normal bezeichnen könnte. Auch wenn ich spüre, dass ihr meiner Anwesenheit nicht egal ist. Ich bewege etwas in ihr, bringe ihr Blut zum Kochen. Genau so soll es sein. Vorsichtig, eine Stufe nach der anderen, sage ich, als wir uns einen Weg hinauf ins Erdgeschoss bahnen. Abby gibt sich Mühe, aber ihre Beine sind noch immer ein wenig wackelig. Wahrscheinlich brennen ihre Muskeln vom schnellen Rennen, ein Gefühl, das ich nicht kenne, nicht mehr. Von hier aus schaffe ich es allein, sagt sie, als wir draußen stehen und hinter uns die Tore zum Mausoleum ins Schloss fallen. Das kannst du vergessen, Baby, sage ich und halte ihren Arm auf meinen Schultern. Ich bringe dich in dein Zimmer und darüber diskutiere ich auch nicht. Ein Lächeln huscht über ihre Lippen. Sie mag mich, das ist offensichtlich, aber sie ist noch nicht bereit, es zu zeigen. Ich stütze sie so gut ich kann, damit sie nicht zu viel Gewicht auf ihren Beinen trägt. Trotzdem gehen wir langsam bis zum Haus der Sirenen. Aufwärts wird es schwieriger, sage ich und biete ihr an, sie erneut zu tragen. Doch sie lehnt ab und beginnt ganz langsam mit dem Aufstieg. Ihre Lunge pfeift, als wir im dritten Stock ankommen. Abby stützt sich kurz in der Wand ab und ich kann es nicht mehr mit ansehen. Kurzerhand greife ich unter sie und hebe sie auf die Hände. Blake, was machst du denn? Ihr Gesicht ist meinem so nahe, dass ich die leichte Röte auf ihren Wangen sehen kann, selbst in der Finsternis. Ich lasse nicht zu, dass du hinfällst oder dir den Knöchel verstauchst. Es ist nicht mehr weit, sagt sie empört. Ich weiß. Raune ich und trage sie bis zur übernächsten Tür, dann lasse ich sie herunter, damit sie aufschließen kann. Dabei stehe ich so dicht bei ihr, dass ich den Duft ihres Blutes in der Nase habe. Sie riecht unfassbar gut, fast schon perfekt. Abby blickt zu mir hoch, als die Tür aufschwingt. Danke nochmal, für alles. Sie tritt ein, schließt die Tür aber noch nicht. Ich lehne mich gegen den Türrahmen und blicke sie verschmitzt an. Immer wieder gerne. Sie steht ein wenig verunsichert im Raum und kommt dann zu mir. Ich betrachte sie von oben herab und warte darauf, was passiert. Abby bleibt ganz dicht vor mir stehen, sieht zu mir auf, in meine Augen, auf meine Lippen und geht dann auf die Zehenspitzen. Der Moment lässt einen Funken zwischen uns entstehen, als sie meinem Gesicht immer näher kommt. Mit offenen Augen sieht sie mich an, während sie ihre Lippen spitzt. Sie zielt auf meine Wange, doch ich komme ihr zuvor und drehe ihr den Kopf. Abby küsst meinen Mund und gibt ein erschrockenes Keuchen von sich, als es ihr bewusst wird. Ihre Lippen sind weich, zart und schmecken nach einem Hauch von Blut. Sie muss sich beim Laufen auf die Wange gebissen haben. Es ist ein leicht metallischer Geschmack, doch er ist so betörend, dass ich sie am liebsten an mich reißen und ihren Mund verschlingen würde. Doch ich sehe nur dabei zu, wie sie mit hochroten Wangen den Kopf zurücknimmt und mich anstarrt, als hätte sie meine Reaktion überrascht. Gute Nacht, Baby, raune ich, bevor sie mich zur Rede stellen kann. Leise schließe ich die Tür hinter mir und kann selbst durch das dicke Holz hören, wie sie den vorher angehaltenen Atem wieder ausstößt. Dieser Punkt geht an mich. Kapitel 7 Lucien Ich befinde mich gerade in der Bibliothek, als ich ein durchdringendes Wolfsgeheul vernehme. Der Ruf der Lykaner schallt durch die gesamte Akademie und mit ihr auch das Unheil, das über uns kommt. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal solch einen Krach veranstaltet haben. Irgendetwas muss geschehen sein. Es ist Blake, sagt James, als ich zu ihm und drei anderen jungen Vampiren stoße. Sie stehen am Eingang zum Mausoleum und blicken hinaus in die Nacht. Er hat Abigail aus dem Wald gerettet. Sie wurde wohl überfallen. Mein Gesicht verfinstert sich. Was hast du gesagt? Keine Ahnung, Mann. Das war das, was er gesagt hat. Blake ist in den Wald gegangen, um Abigail vor den Lykanern zu retten? wiederhole ich ganz leise. Irgendwie so, ja. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich stürme zum Hauptweg, doch in diesem Moment kehrt Blake den Pfad entlang zurück. Im Hintergrund hört man die Wölfe heulen. Blake sieht zufrieden aus. Mit einem triumphalen Grinsen betritt er vor mir das Haus des Blutes. Du wirst verlieren, Bruder, sinkt er, während wir die Stufen zum Aufenthaltsraum hinabsteigen. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich verstehe schon. Er grinst frech. Du verlierst nicht gerne, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber diesmal wirst du verlieren, denn ich habe so gut wie gewonnen. Sie hat mich geküsst, Lucien. Das selbstsichere Grinsen in seinem Gesicht ist abscheulich. Wut keimt in mir hoch. Eine Emotion, die ich in diesem Maße schon lange nicht mehr empfunden habe. Du verdammter Idiot, knurre ich ihn an, als ich spüre, wie die Dunkelheit näher kommt. Natürlich bin ich der Idiot von uns beiden. Er zwinkert mir zu. Es sieht so aus, als hätte Abby sich für mich entschieden. Schließlich war ich es auch, der sie gerettet hat. Für einen Moment kann ich nicht fassen, was er mir gerade offenbart. Sag mir bitte, dass du nicht den Pakt gebrochen hast. Er zuckt mit den Achseln. Ich musste es tun. Sie war in Gefahr. Du hirnloser Sohn des Teufels, speie ich aus und muss mir erst einmal einen Drink einschenken. Ich kann nicht glauben, wie dumm Blake ist. Ein Spieler, ja, von mir aus. Ein Verführer, gerne auch das. Aber ein verdammter Nah, der uns damit allen Probleme macht, das hätte ich nicht von ihm erwartet. Sie war sehr dankbar dafür, dass ich sie rausgeholt habe. Das kannst du dir sicher denken. Es ist unglaublich, murmele ich, während ich das Glas voll Blut an die Lippen setze. Es schmeckt nicht so gut wie normalerweise. Das liegt vor allem daran, dass ich mich gerade auf nichts konzentrieren kann. Da ist nur dieses dumpfe Etwas in meiner Brust, an der Stelle, an der einmal mein Herz saß. Ihre Lippen sind süß wie Morgentau, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie der schmeckt. Sie war es auf jeden Fall wert, Bruder. Langsam setze ich das Glas wieder ab und fahre herum. In Sekundenschnelle bin ich bei ihm, packe seinen Hals und bohre meine Krallen in seine Haut. Mit einem Knurren nähere ich mich seinem Gesicht. Etwas an der Situation macht mich so wütend, dass ich mich kaum zurückhalten kann. Du hast den Pakt gebrochen, knurre ich in einem Tonfall, der nicht mehr freundlich ermahnend, sondern ganz eindeutig feindselig ist. Wegen deiner persönlichen Probleme stecken wir nun alle in der Scheiße. Komm schon, Bruder, krächzt er und grinst noch immer. Starr mich nicht so an, du hättest sie auch gerettet. Mein Knurren wird lauter, bedrohlicher. Dann lasse ich ihn los. Blake taumelt ein paar Schritte nach hinten und fasst sich an den Hals. Die Striemen auf seiner Haut heilen und verschwinden. Tu nicht so, als würde sie dir nicht gefallen, sagt er und wird plötzlich ernst. Ich kenne dich lang genug. 500 Jahre müssten es bald sein. Ich habe selten einen solchen Gesichtsausdruck bei dir gesehen. Also, sei kein Schwächling und sag mir, was du an meiner Stelle getan hättest. Mein Knurren wird leiser. Ich hätte sie auch gerettet. Gebe ich zu, weil ich weiß, dass er recht hat. Hätte ich Abys Schrei gehört und wäre näher dran gewesen, hätte ich nicht gezögert, sie da rauszuholen. Und genau das ist das Problem. Siehst du, also was willst du mir eigentlich erzählen? Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir jetzt alle in Schwierigkeiten stecken. Wie auf Kommando erscheint James in der Tür. Sein Gesicht ist aschfahl. Er stottert, als er uns die Nachricht übermittelt. Der Direktor wünscht dich zu sprechen, Lucien. Er ist stinksauer. Das wird jetzt unangenehm, prophezeie ich und werfe Blake einen letzten Blick zu. Bleib in ihrer Nähe, für den Fall, dass die Lükaner vollkommen durchdrehen. Die Tür zum Rektorat fällt hinter mir ins Schloss wie eine Guillotine. Die leichte Vibration geht über den Boden und die Wände bis zu dem großen Schreibtisch in der Mitte des Raums, hinter dem der Direktor steht. Er kehrt mir den Rücken zu. Die Arme hinter seinem Kreuz verschränkt, blickt er aus dem Fenster in die Nacht hinaus. Sein akkurat geschnittenes Haar liegt perfekt auf seinem Kopf. Mit geraden Schultern steht er da und lässt mich warten. Selbst als ich näher trete und er eindeutig meine Schritte auf dem Steinboden hören kann. Er ist ein Meister darin, Momente ewig lang auszudehnen. Schon viele sind halb wahnsinnig geworden, weil er sie zu sich bestellt und ewig nichts gesagt hat. Ich weiß, dass auch mir nun diese Prozedur bevorsteht. Aber ich bin vorbereitet darauf. Es ist schließlich nicht das erste Mal. Mit geregtem Kinn und gerader Haltung warte ich darauf, dass er sich zu mir umdreht. Für mich ist Zeit relativ und so kann ich lange warten, ohne ungeduldig zu werden. Allerdings kommt es nicht zu einem Gespräch unter vier Augen, denn ein paar Minuten nach meiner Ankunft klopft es an der Tür und Ryder Wolf tritt ein. Der Anführer der Lykaner und nicht unbedingt mein bester Freund. Grimmig fährt sein Blick zu mir, dann richtet er sich an den Direktor. Da bin ich, sagt er erhaben und stellt sich neben mich an den Schreibtisch, allerdings mit einer Armlänge Abstand. Er ist nicht unbedingt dafür bekannt, der freundlichste Geselle an dieser Akademie zu sein. Normalerweise verhält er sich recht unauffällig und neutral. Zurückhaltend, im Gegensatz zu manch anderem aus seinem Haus. Doch so wie jetzt habe ich ihn noch nie erlebt. Seine hohe Stirn ist in mehrere Falten gelegt, seine Augenbrauen zusammengezogen, seine Mundwinkel hängen so tief wie noch nie. Alles an ihm schreit nach Wut. Und ich kann seine Emotion gut verstehen, denn in mir wütet sie ebenfalls. Nur stehe ich hier leider auf der anderen Seite und muss diese auch vertreten. Eine Situation, in die Blake mich gebracht hat. Dafür wird er definitiv noch die Quittung erhalten. Direktor Calvert ist nun endlich dazu bereit, sich umzudrehen. Dabei straft er mich mit Missachtung, während er Ryder seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass es einen Verstoß des Paktes zur Betretung des Waldgebietes rund um der Akademie gab, sagt er mit schneidender Stimme. Mir wurde ebenfalls zugetragen, dass es sich dabei um ein Mitglied der Älteren handelt. Ich lasse alles unkommentiert, auch wenn ich gerne aus der Haut fahren würde. Blake sollte hier stehen. Er hat es verbockt. Aber als Vorstand des Hauses des Blutes ist es meine Aufgabe und ich werde meine Art so gut vertreten, wie ich kann. Ferner wurden die Grenzen weit überschritten. Ich kann mir nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Nun ist der Moment gekommen, in dem der Direktor mich ansieht. Es handelt sich hierbei um einen bedauerlichen Zwischenfall, beginne ich zu erklären. Mein Bruder hat die Grenzen im besten Wissen überschritten, um das jüngste Mitglied der Akademie vor einem unkontrollierten Lykaner zu beschützen. Mein Blick wandert hinüber zu Ryder, der mich ansieht, als würde er gleich in Wolfsform auf mich zustürzen. Das kann ich ihm nicht raten, denn ich bin gerade wirklich in so schlechter Laune, dass ein Muskel an meiner Schläfe andauernd zuckt. Das neueste Mitglied der Akademie? fragt Calvert. Abigail Blatchley, die Tochter der kürzlich verstorbenen Mutter der Sirenen, erinnere ich ihn. Er sollte sich an sie erinnern. Schließlich war er es, der sie hierher beordert hat. Ein unkontrollierbarer Lykaner, sagst du? Ich nicke und blicke hinüber zu Ryder, dessen Unterkiefer bedrohlich malmen. Charlie ist jung und untalentiert, erklärt er, kann die Wut in seiner Stimme allerdings nicht bändigen. Es kommt vor, dass er sich nur halb verwandelt. Er muss damit klarkommen, lernen, es zu kontrollieren. Es war seine alleinige Schuld, die Frau in den Wald zu führen. Meine Leute haben damit nichts zu tun. Verzeih mir, wenn ich mich da einmische, sage ich in ruhigem Tonfall. Ich kann sehen, dass Ryder am liebsten vor meine Füße spucken würde, aber vor dem Direktor traut er sich das nicht. Soweit ich weiß, gibt es unter euch Lykanern eine starke Hierarchie. Genauso wie unter euch Blutsaugern, erwidert er und hält meinem festen Blick stand. Wie kann es dann sein, dass ihr eure jüngsten Mitglieder nicht unter Kontrolle habt? Habt ihr denn eure immer unter Kontrolle? Fragt Ryder und dreht sich mir zu. Ich sehe ihm an, dass er am liebsten ein Kräftemessen starten würde. Nur er und ich, bis einer nicht mehr steht. Wie gerne würde ich es annehmen. Es sind nun mal Kinder, sage ich und zucke mit der rechten Schulter in seine Richtung. Ich kann mich nicht immer um alle kümmern, aber ich habe sie dazu erzogen, das Richtige zu tun. Und diese unschuldige Frau zu retten, war definitiv nicht falsch. Denn ich hätte es genauso gemacht. Es war ihre alleinige Entscheidung, den Wald zu betreten. Charlie hat sie nicht dazu gezwungen. Aber sie hatte keine Ahnung, dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Sie ist neu. Woher soll sie das wissen? Erwidere ich. Ihre Mutter wird ihr wohl gesagt haben, wie es hier läuft. Das bezweifle ich, sage ich und trete einen Schritt näher. Nun trennt uns nur noch eine Unterarmlänge. Unsere Blicke sind ineinander verhakt. herausfordernd. Niemand wagt es zu blinzeln oder den Kopf zu senken. Meine Herren, bitte kein Blutbad. Der Schreibtisch wurde vor kurzem erst poliert, sagt Direktor Calvert und schafft es somit, die bedrohliche Situation ein wenig aufzulockern. Nur widerwillig wende ich den Blick von Ryder ab. Ich entschuldige mich für Blakes Verhalten. Er hätte die Grenze nicht überschreiten dürfen. Er wird eine gerechte Strafe erhalten und selbstverständlich wird das nie wieder vorkommen, sage ich so diplomatisch, wie es mir in dieser Situation möglich ist. Ist das ein Angebot, Mr. Wolfe, wendet sich der Direktor an den Anführer der Lykaner. Noch ein Schritt zu weit in den Wald und ich sehe das als Kriegserklärung. Sein Blick tötet mich. Wünsche noch eine angenehme Nacht. Ich sehe dabei zu, wie er sich umdreht die wilden, langen Haare in den Rücken wirft und hinausschreitet. Man kann nicht sagen, dass du mit Worten nicht gewandt bist, sagt Calvert, als Ryder weg ist. Jahrhundertelange Übung, murmele ich. Nach so langer Zeit des vielen Lesens kann ich reden, wie auch immer es mir beliebt. Altertümlich, hochgestochen, arrogant oder auch jugendlich. Ich bin anpassungsfähig. Und doch hast du deine Leute nicht unter Kontrolle, sagt Calvert und nun sehe ich nicht mehr den Direktor in ihm, sondern meinen strengen Onkel. Kläre das und sorge dafür, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Ich nicke. In dem Punkt bin ich auf seiner Seite. Was hat dieses Mädchen überhaupt an sich, dass ihr sie alle retten wollt? Ich zucke mit den Schultern. Wenn sie nach ihrer Mutter kommt, kann ich es wohl verstehen. Für einen Moment halte ich seinen Blick stand. Dann wende ich ihn mit einem Schnauben ab. Willst du jetzt wirklich über sie reden? Er lächelt schmallippig. Dann setzt er sich hinter seinen Schreibtisch, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt, alle Finger gegeneinander gedrückt, sodass seine Hände ein Dreieck bilden. Ich werde nie wieder über sie sprechen und du auch nicht. Sein Blick ist direkt. Ich verstehe schon. Natürlich nicht. Ich bin nicht so naiv wie Blake. Dann sorge dafür, dass du es auch nicht wirst und bring ihn endlich zur Vernunft. Soll er von mir aus seinen Spaß haben, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit und erst recht nicht im Wald. Ich kümmere mich darum. Das hoffe ich für dich. Ansonsten werde ich dich von deinem Posten wieder abziehen. Das wird nicht nötig sein. Ich habe schließlich nicht so viele Jahre darum gekämpft, um jetzt einfach aufzugeben. Sie stellt Fragen, sage ich schon im Begriff zu gehen. Sie wird damit nicht aufhören, wenn sie keine Antworten erhält. Calvert lehnt sich im Stuhl zurück, ein Bein über das andere geschlagen. Dann solltest du ihr Antworten geben, die sie zufriedenstellen. Ich nicke. Dann kehre ich zu meinem Haus zurück. In der Bibliothek setze ich mich an den Tisch und widme mich wieder der Lektüre, die ich für diese Woche herausgesucht habe. Jenseits von Gut und Böse von Friedrich Nietzsche. Eigentlich ein interessantes Buch der Weltliteratur, doch leider bin ich kaum dazu in der Lage, mich zu konzentrieren. Blake sorgt in letzter Zeit nur für Probleme. Ich ärgere mich darüber, dass ich den Blutschwur mit ihm eingegangen bin. Ja, ich war gelangweilt und ich habe mich darüber gefreut, dass mal wieder etwas geschieht. Aber ich hätte niemals ahnen können, was daraus erwächst. Und jetzt ist da auch noch Abby, die häufiger in meinen Gedanken vorkommt, als sie sollte. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Blake mich angelogen hat. Vielleicht hat er sie geküsst. Vielleicht aber auch nicht. Noch ist er nicht am Ziel, das würde ich spüren. So wie ich sie kennengelernt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auf seine Avancen eingehen wird. Abigail ist in jedem Fall eine starke Frau, die ein Mann mit plumpen Anmachsprüchen nicht zu etwas bewegen wird. Sie zu erobern, wird lange dauern und Umwege erfordern. Vor allem ist es wichtig, sie nicht zu bedrängen. Nein, ich bin mir ganz sicher, Blake wird sich an ihr verausgaben und sie wird standhaft bleiben. Je mehr er sich anstrengt, desto besser wird sie sich in meiner Gegenwart fühlen, denn ich werde ihr Raum geben. Ich bin grundsätzlich jemand, der seine Ziele auf andere Weise erreicht. Meine Mundwinkel zucken bei der Erinnerung an Abigails Gesichtsausdruck. Sie ist selbstbewusster als erwartet. Und sie kann durchaus frech sein, was ihr ziemlich gut steht. Irgendwie mag ich es, mich mit ihr zu unterhalten. Ihre Antworten sind nicht vorhersehbar. Das macht sie interessant. Interessanter, als sie ohnehin schon für mich ist. Wir hatten eine gute Unterhaltung, bevor sie in den Wald gegangen ist. Es ärgert mich, dass ich recht behalten habe. Auch eine Frau wie Abby braucht manchmal Hilfe und ich war nicht da. Blake hat dadurch jetzt sicher Pluspunkte gesammelt, aber noch hat er nicht gewonnen. Ich werde sie für mich gewinnen und ihm damit eine Lektion erteilen, an die er sich auch in 100 Jahren noch erinnern wird. Kapitel 8 Abigail Ich hatte nie vorgehabt, Blake zu küssen. Doch er hat im letzten Moment seinen Kopf gedreht und ich habe seine Lippen getroffen. Geplant war nur seine Wange und jetzt kann ich diesen Moment nicht mehr vergessen. Das Gefühl seiner Lippen auf meinen, das Prickeln, das in mir entstanden ist. Diese kleinen Blitze, die sich von meinem Mund in meinen Körper ausgebreitet haben. Es war nur ein winziger, unschuldiger Kuss. Doch er hat etwas in mir geweckt, das nun viel stärker ist als je zuvor. Verlang. Seufzend drehe ich mich auf die andere Seite. Eigentlich sollte dieser kleine Kuss nur eine Geste des Dankes sein. Immerhin weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, wenn Blake nicht gewesen wäre. Aber natürlich musste er wieder er sein und den Moment schamlos ausnutzen. Verdammter Idiot! Fluche ich und wälze mich herum. Mein Körper tut weh. Das viele Rennen hat mich total ausgelaugt. Meine Muskeln brennen immer noch nach. Das wird ordentlich Muskelkater geben. Ich spüre ein paar Blessuren an meinem Körper, Kratzer und Prellungen. Aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Bis auf dieses dumpfe Pochen zwischen meinen Beinen. Mit einem weiteren Seufzen drehe ich mich auf den Bauch und vergrabe das Gesicht in meinem Kissen. Ich schreie, doch der Stoff dämpft alles. Ich kann nicht glauben, dass ich auf Blake reagiere. Er ist ein arroganter Arsch, der reihenweise Frauen verführt. Das ist kein Mann für mich. Normalerweise verabscheue ich Typen wie ihn. Aber er war so fürsorglich zu mir, dass ich in der Erinnerung daran die Augen schließe und mich zurückträume. Blake hat mich getragen, als wöge ich nicht mehr als seine Feder. Behutsam hat er mich abgesetzt, meine Wunden versorgt und war dabei so ungeheuer sanft, dass ich ein Kribbeln in meiner Brust verspüre. Hör auf, Abby, schimpfe ich mit mir selbst. Ich weiß doch ganz genau, dass er mich benutzt. Er hat von Anfang an klargemacht, dass er mich nur ins Bett kriegen will. Wie kann jemand wie er, der solche plumpen Anmachversuche startet, gleichzeitig so beschützend und fürsorglich sein? Das passt doch nicht zusammen. Eines davon ist eine Fassade. Nur welche? Das sollte mich nicht interessieren. Sollte es nicht. Tut es aber. Und Blake ist nicht der Einzige, um den ich mir Gedanken mache. Da ist noch Lucien, der in mir immer dieses Gefühl von Ruhe und Geborgenheit auslöst. Obwohl wir uns gar nicht kennen, fühle ich mich in seiner Gegenwart ganz wie ich selbst. Und dann natürlich Ryder, der einen ganz anderen Teil von mir weckt, einen animalischen, der sich zu seinem Körper unglaublich hingezogen fühlt. Und jetzt habe ich Blake geküsst und weiß nicht, wie es weitergeht. Eigentlich ist es ja nichts Besonderes. Ein Kuss ist schließlich nur ein Kuss. Aber in der Erinnerung daran verspüre ich noch immer das Bedürfnis von mehr. Mehr von Blake. Mehr von diesem Küssen. Mehr von seinen Händen auf meinem Körper. Einfach mehr. Und das ist gar nicht gut. Maisie platzt zur Tür herein. Ungefragt und ohne zu klopfen, steht sie einfach in meinem Zimmer und reißt die Hand vor den Mund, erschrocken über meinen Anblick. Abby, ich habe gehört, was passiert ist. Oh mein Gott, wie geht's dir? Sie stürmt an mein Bett und fängt an, mich abzusuchen. Ich lasse die Prozedur über mich ergehen, weil ich ihre Sorge um mich ganz niedlich finde. Es geht mir gut, Maisie. Du musst dir keine Sorgen machen. Machst du Witze? Was ich gehört habe, klang schrecklich. Sie sagen alle, dass Charlie verrückt geworden ist. Der unauffällige, freundliche Charlie. Es ist kaum zu glauben. Ich nicke, weil ich es auch noch immer nicht fassen kann. Charlie war von Anfang an nett zu mir, hat mich freundlich aufgenommen, mir alles gezeigt und er hat den Eindruck vermittelt, der normalste Typ an dieser Akademie zu sein. Tja, so kann man sich täuschen. Sie haben ihn in die Arrestzelle gesteckt, erklärt Maisie mit großen Augen. So schnell wird er da wahrscheinlich nicht rauskommen. Ich habe gehört, dass er noch immer da drin tobt. Was ist denn genau passiert? Wenn ich das nur wüsste, murmle ich und seufze erschöpft. Wir sind im Wald spazieren gegangen. Er wollte mir seine Lieblingsstelle zeigen und dann ist die Sache eskaliert. Aber ich habe nicht so genau verstanden, worum es geht. Blake hat erklärt, dass er sich nur halb verwandelt hat. Blake? Fragt Maisie hellhörig. War er dabei? Ich nicke. Er hat mich da rausgeholt und mich hierher gebracht. Blake ist für dich in den Wald gegangen? Oh Abby, was hast du nur mit diesem Typen gemacht? Wieso? Er hat den Pakt gebrochen. Für dich. Er muss wirklich großes Interesse an dir haben. Ihre Worte lassen etwas in meinem Bauch kribbeln. Nicht gut. Ach, das hätte er doch für jede andere auch getan, winke ich ab. Nein, hätte er nicht, sagt Maisie deutlich und sieht mich herausfordernd an. Ehrlich gesagt, hat er sowas noch nie für eine andere getan. Wenn da mal nicht jemand verliebt ist. Ich grunze. Blake ist ganz sicher nicht in mich verliebt. Ich habe das Gefühl, dass er weit davon entfernt ist. Auf jeden Fall liegt ihm etwas an dir, sonst hätte er den Ärger nicht auf sich genommen. Da ist noch etwas, sage ich und habe plötzlich das Bedürfnis, ihr alles zu offenbaren. Was denn? Ach, schon gut, sage ich kleinlaut und kann mich gerade noch zurückhalten. Maisie, als selbsternannte Klatschtante, würde den Kuss zwischen Blake und mir sofort herum erzählen. Nicht, dass mir das etwas ausmachen würde, aber ich möchte einfach nicht ständig der Grund dafür sein, wieso die Leute hinter meinem Rücken tuscheln. Ich hatte vorgehabt, mich ganz normal zu verhalten und mich unter die Leute zu mischen. Bisher leider wenig erfolgreich. Erzähl schon, wie war es mit ihm? Mit Charlie oder Blake? Frage ich und verrate mich dadurch. Vor allem aber die Hitze auf meinen Wangen, die ihr alles sagt. Maisie setzt sich zu mir und sieht mich mit einem Leuchten in den Augen an. Da lief doch was zwischen euch. Du musst mir alles erzählen, Abby. Muss ich das? Aha, ruft sie aus, als hätte sie mich bei irgendetwas erwischt. Wusste ich doch, dass da was passiert ist. Jetzt erzähl schon. War nicht viel, versuche ich auszuweichen. Wenn du dich schon über meine Empfehlungen hinweg setzt, musst du mir wenigstens alles erzählen, bis ins kleinste Detail. Das habe ich befürchtet, murmele ich und überlege, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Doch da Maisie neben mir sitzt, kann ich sie schlecht zur Tür rauswerfen und hinter ihr abschließen. Sie würde es ja doch nur weiter versuchen, bis sie mich irgendwann weich kriegt. Es gab vielleicht einen winzigen Kuss, sage ich im Flüsterton. Das war so eigentlich nicht geplant, aber ich wollte mich bedanken, seine Wange küssen und naja, sagen wir, er hat das ausgenutzt. Das klingt ganz nach ihm, sagt Maisie und seufzt theatralisch. Pass wirklich auf, Abby. Ich weiß, wie heiß er sein kann und wie nett, aber er spielt auch gerne und ich will wirklich nicht, dass er dir wehtut. Das wird er nicht, versprochen. Ich werde mich von ihm fernhalten. Wie gesagt, das war nur eine Geste des Dankes. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Sie sieht mich über ihren Nasenrücken hinweg scharf an. Glaubt mir, ich kenne ihn lange genug. Ich weiß, wie viele Frauen ihm schon verfallen sind und es werden täglich mehr. Der Typ ist eine frauenverschlingende Bestie im wahrsten Sinne. Was meinst du damit? Er ist ein Vampir, Abby. Er saugt den Mädchen das Blut aus. Das ist seine Art der Nahrungsaufnahme. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Aber jetzt, da sie es sagt, klingt es logisch. Und das macht er am liebsten beim Sex, habe ich gehört. Du meinst, während er mit einem Mädchen schläft, saugt er ihr das Blut aus? Das klingt irgendwie eklig. Maisy nickt vielsagend. Darauf habe ich nun wirklich keine Lust. Sag das nicht so laut. Hab gehört, es soll ziemlich heiß sein. Blut ausgesaugt zu bekommen ist heiß? In welcher Welt denn? Hier an der Nightwood ist das heiß. Vertrau mir, es fühlt sich gut an. Ich lege den Kopf schräg. Spricht da etwa jemand aus Erfahrung? Nun ist es Maisy, deren Wangen etwas röter werden. Kann schon sein. Sie hüpft von meinem Bett hoch. Aber das erzähle ich dir ein anderes Mal. Jetzt müssen wir uns mit den Mädels beraten. Imogen hat nach dir gefragt. Du wirst sicher Ärger kriegen. Wieso das denn? Wir dürfen uns nicht nach Einbruch der Nacht in den Wald begeben. Wieso nicht? Weil das Wolfsgebiet ist. Wir haben zwar keinen direkten Pakt wie die Vampire, aber wir sind da nicht gerne gesehen. Und die Wölfe haben das Recht dazu, uns zu vertreiben, wenn sie uns erwischen. Dir hätte sonst was passieren können, wenn Blake nicht gewesen wäre. Ich nicke, weil mir der Gedanke auch schon gekommen ist. Charlie hat so wild ausgesehen, dass mir noch immer eine Gänsehaut im Nacken kribbelt. Und ich muss dich vorwarnen, Blake wird nicht locker lassen. Jetzt erst recht nicht. Wieder nicke ich. Ich bin mir sicher, dass er dranbleiben wird. Ich dagegen darf nicht nachgeben. Von meinem Vorhaben, mich von den Vampiren fernzuhalten, bin ich reichlich weit entfernt. So langsam muss ich mir ernsthaft Gedanken darüber machen, wie ich dieses drängende Bedürfnis nach körperlicher Nähe endlich loswerde. Charlie fällt ja nun weg. Ich muss mir jemand anderen suchen. Einen echt netten Kerl oder zumindest jemanden, der halbwegs nett ist. Unscheinbar. Am Rande. Niemand, von dem man erwartet, dass er Frauen schöne Augen macht. Als wir die Treppen nach unten nehmen, fällt mir die Sache mit Imogen und dem Gargoyl-Typen wieder ein. Ich habe das Gefühl, der Anführerin der Sirenen nun deutlich selbstbewusster gegenübertreten zu können. Obwohl es schon nach Mitternacht ist, sind viele der Mädels noch auf. Die Plätze auf den Sesseln sind von Robin, Olivia und zwei anderen belegt. Die fantastischen Fünf sind die Köpfe der Sirenen, wie Maisy mir einmal mitgeteilt hat. Doch an oberster Spitze steht Imogen, die mich mit tadelndem Blick ansieht. Maisy, vielen Dank, dass du sie geholt hast, aber du kannst jetzt schlafen gehen. Ihr alle, sagt Imogen und Ratlosigkeit macht sich im Raum breit. Die Mädels schauen sich verwirrt an. Mit dieser Ansage scheint keiner gerechnet zu haben. Ich werfe Maisy einen Blick zu, dann verschwindet sie aus der Tür. Nach ihr folgen die anderen vier, die es sich eben noch auf den Sesseln bequem gemacht haben. Eine nach der anderen sieht mich vorwurfsvoll an. Als ihre Schritte verklungen sind, wendet sich Imogen an mich. Ihr Blick ist sehr streng. Von nun an werde ich Maisys Part übernehmen, sagt sie als allererstes. Sie ist offenbar nicht dazu in der Lage, dir die Grundregeln beizubringen. Also werde ich das tun. Ich hebe überrascht die Augenbrauen. Ich möchte, dass du morgen noch vor dem Frühstück zu mir kommst. Wir werden uns unterhalten. Es ist wichtig. Heute Abend ist es zu spät, um all die Einzelheiten zu klären. Nur so viel. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Ich schaue sie perplex an. Sie klingt wie eine vierzigjährige Lehrerin. Ich dachte, dass es gut wäre, dir ein wenig Freiraum zu lassen und dir die Möglichkeit zu bieten, dich mit der Akademie und den Leuten vertraut zu machen. Aber, wie es scheint, glaubst du nicht, dass Regeln für dich gelten. Moment mal, sage ich und versuche, sie mit den Händen zu beschwichtigen. Ich wusste nicht, dass es eine Regel ist, den Wald nicht zu betreten. Das ist nicht deine Schuld, wenn Maisy das versäumt hat. Dennoch wäre es achtsam, nicht auf eigene Faust umherzuwandern, sondern unsere Meinung zu suchen, wenn du etwas nicht verstehst. Ich bin nur spazieren gegangen. Ich dachte nicht, dass das einem Verbrechen gleichkommt. Sie wirft mir einen warnenden Blick zu. Du solltest dich an die halten, die schon länger hier sind. Du bist noch neu und kennst die Gepflogenheit nicht. Deswegen will ich nicht so streng mit dir sein, aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass dein Handeln von heute schwere Folgen nach sich ziehen könnte. Für das ganze Haus und sogar für andere Häuser. Denn ich habe gehört, dass Blake dir in den Wald gefolgt ist, um dich rauszuholen. Ich habe ihn nicht darum gebeten, versuche ich klarzustellen. Er ist plötzlich aufgetaucht und hat mich rausgetragen. Es ist unerheblich, wie sich der Vorfall genau zugetragen hat. Fakt ist, dass er den Wald betreten und damit den Pakt gebrochen hat. Wenn wir Glück haben, bist du nicht mit hineingezogen und damit wir alle nicht. Aber wenn wir Pech haben, schon. Es ist doch nur ein Wald, sage ich und erinnere mich dann zurück, dass meine Worte nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist nicht nur ein Wald. Ich war dort. Ich habe sie gesehen. Die Wölfe, das Rudel und dann Charlies Verwandlung. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das definitiv nicht. Wie gesagt, ich werde dir alles ganz in Ruhe erklären. Jetzt solltest du dich ausruhen und du solltest wissen, dass wir hinter dir stehen, sollte es zu irgendwelchen Streitigkeiten kommen. Das Haus des Meeres hält zusammen, auch wenn ich deine Anwesenheit hier nicht gut heiße. Ich hebe die Augenbrauen, soweit ich kann. Wie bitte? Ich mag dich nicht, Abigail, sagt Imogen und sieht mir dabei direkt in die Augen. Ich muss zugeben, dass ich mit so viel Direktheit nicht gerechnet habe. Vor allem nicht von ihr. Nach außen hin ist sie sehr auf ihr Image bedacht. Zumindest wirkte es bisher so. Denn sonst hätte sie die Sache mit dem Gargoyle sicher nicht im Geheimen angefangen. Wenn sie zu allem stehen würde, was sie tut, könnte sie es ja auch offen zeigen. Aber ich muss dich nicht mögen, um dich zu akzeptieren, fügt sie hinzu und klingt dabei wirklich oberlehrerhaft. Ich mag dich auch nicht, erwidere ich mit einem Lächeln. Aber wir werden klarkommen, denn das müssen wir. Sie funkelt mich an, dann schiebt sich ein kaltes Lächeln auf ihre Lippen. Gut, dass wir das geklärt haben. Dann also morgen früh um sechs. Ich blicke auf die Uhr, es ist schon 41 Minuten nach Mitternacht. Das werden kurze fünf Stunden Schlaf, aber von mir aus, es scheint ja wichtig zu sein. Wenn du hier bleiben willst, rate ich dir wirklich, den Termin wahrzunehmen. Ich nicke. Ich würde dann jetzt schlafen gehen, wenn ich darf. Sie blickt gedankenversunken aus dem Fenster. Ich blinzle überrascht, als ich den Raum verlasse. Imogen ist wirklich eine sehr spezielle Person, aber da ich vorhabe, länger hier zu bleiben, werde ich versuchen, den Termin morgen früh einzuhalten. Wie viele Regeln kann es schon geben? Zurück in meinem Zimmer wartet Maisie schon auf mich. Sie hockt auf meinem Bett und sieht mich fragend an. Und? Was wollte sie? Ihre Autorität ausspielen, was sonst? Sage ich, ohne darüber nachzudenken. Sie will morgen früh die Regeln der Akademie mit mir durchgehen. Du warst sehr nachlässig. Maisie klappt der Unterkiefer runter. Das hat sie gesagt? Ich zucke mit den Achseln. Angedeutet auf jeden Fall. Sie schnappt empört nach Luft. Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Ich habe dir doch alles gesagt, was du wissen musst. Mach dir keinen Kopf. Ich massiere meine Schläfen, während ich zum Kleiderschrank rübergehe. Dann nehme ich meinen Pyjama heraus, den schwarzen mit den lila Punkten. Er ist ein bisschen süß und verspielt, aber kuschelig aufgrund des Vlies. Tut mir leid, dass du Ärger bekommen hast. Ich wollte wirklich nicht, dass du mach dir bitte keinen Kopf. Es ist nicht wo ich jederzeit überall hingehen kann. Auch wenn ich mich etwas wundere, denn Charlie hat nichts erwähnt. Hör mir auf mit Charlie! Maisie rollt mit den Augen. Ich habe von Stella gehört, dass sie ihn wieder rausgelassen haben. Ryder hat ihn wohl rausgeboxt. Er hat gesagt, dass er sich um ihn kümmern wird. Was das heißt, wollen wir lieber nicht wissen. Was meinst du? Kriegt er richtig Ärger? Wenn es nur das ist? Du musst wissen, Abby, die Lykaner haben eine strenge Hierarchie. Ganz oben steht der Alpha, dann kommen einige Betas, danach die Gammas, die den Großteil ausmachen und schließlich die Omegas. Solange du in den oberen drei bist, hast du kaum Probleme. Aber wehe, du rutscht in die letzte Sparte, dann wird dein Leben im Rudel zur Hölle. Charlie ist ein typischer Omega, also der Prügelknabe des Rudels und damit auch ein Opfer für alle möglichen Attacken. Du sprichst von Mobbing, oder? Maisie nickt. Aber nicht nur verbal, auch körperlich. Die Omegas haben es am Anfang oft sehr schwer. Sie müssen eine ganze Zeit lang darum kämpfen, in die Reihen des Rudels aufgenommen zu werden. Nicht alle schaffen es und dein Freund Charlie hat nicht nur das Problem, sondern auch ein anderes. Welches? Er kann sich nicht richtig verwandeln, soweit ich gehört habe. Also in einen Wolf. Du weißt schon, Haare, lange Schnauze, Ohren, ein Schwanz. Ich weiß schon, was ein Wolf ist, erwidere ich mit einem Lächeln. Ich habe gesehen, was aus ihm geworden ist, oder zumindest was er versucht hat zu werden. Bei der normalerweise sieht das nicht so übel aus wie bei ihm, aber er hat ein Problem und schafft es deswegen nicht, den Prozess vollständig umzusetzen. Aber er ist doch nicht neu hier, oder? Er ist seit über einem Jahr hier und immer noch nicht viel weiter. Deswegen wird es schwierig für ihn, in den Reihen der Lykaner aufzusteigen, wenn nicht sogar unmöglich. Und das heißt, er ist jetzt eine Gänsehaut breitet sich auf meinem Körper aus. Was willst du andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich sage nur, dass ihr euch vielleicht für ein paar Tage nicht sehen werdet. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich möchte dich nur darauf vorbereiten, dass er vielleicht anders sein könnte, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Ist Ryder gewalttätig? Nicht auf herkömmliche Weise, nein, aber unter den Rudelmitgliedern gibt es einige Regeln, die auch mit der Akademie nichts zu tun haben. Es ist eine ganz eigene Welt und auch sehr gefährlich, wenn man nicht weiß, wie man sich zu verhalten hat. Du rätst mir wahrscheinlich, dass ich mich von Ryder, Charlie und den anderen fernhalten soll. Ganz im Gegenteil, sagt sie und steht auf. Du solltest reingehen. In den Wald? Ich kann kaum glauben, was sie mir davor schlägt. Vielleicht nicht bei Nacht, am Tag ist es erlaubt, aber ja, geh zu ihnen, lerne sie kennen, zeig dich ihnen, sie dürfen nicht glauben, dass du schwach bist. Schwach? Mit dieser Wendung habe ich nicht gerechnet. Maisie nickte vielsagend. Sie haben dich schreien hören, du schresten von ihnen, weil du wahrscheinlich große Angst hattest, das könnte man dir als Schwäche auslegen. Und wenn sie das so sehen, könnte es sein, dass du als nächstes gemobbt wirst. Weil mich die halbe Verwandlung in einen Wolf verängstigt hat und die Dunkelheit, in der ich mich nicht auskenne und ich einfach nur weg wollte, bin ich jetzt zum Opfer geworden? Ich weiß nicht, was sie in dir sehen, aber an deiner Stelle würde ich die Stärke, die du definitiv hast, nach außen zeigen, für alle sichtbar, und zwar so schnell wie möglich. Ich nicke, weil ich glaube, sie endlich zu verstehen. Die Akademie ist ein Ort, an dem jeder für sich selber kämpft, an dem es neben den akademischen Herausforderungen wie Prüfungen und der gleichen noch andere gibt. Die der Häuser untereinander und auch die jedes Einzelnen. Wenn man bleiben und bestehen will, muss man stark genug sein, mit all dem umzugehen. Danke dir, Maisie, aber ich muss jetzt wirklich schlafen. Ich bin hundemüde. Gute Nacht, Abby. Bis morgen. Kapitel 9 Abigail Natürlich verschlafe ich am nächsten Morgen. Kurz nach sieben reiße ich die Augen auf, nur um fast wieder aus dem Bett zu fallen. Ich ziehe mich eilig an, flechte meine Haare auf dem Weg nach unten und erreiche das Versammlungszimmer um 7 Uhr 20. Imogen ist natürlich nicht da. Wer weiß, ob sie überhaupt um sechs hier auf mich gewartet hat. Da ich auch für das Frühstück schon relativ spät bin, beeile ich mich zum Haupthaus zu kommen. Ich bin ein bisschen erleichtert, als ich sehe, dass noch einige beim Frühstück sitzen. Die meisten Wänkel sind belegt und alle scheinen noch in Gespräche vertieft zu sein. Mit einem Blick auf mein Handy bemerke ich, dass es noch eine halbe Stunde bis zum ersten Unterricht ist. Ich habe also noch Zeit, einen Happen zu mir Ich weiß nicht zu Recht, was ich von all dem halten soll. So vieles ist schief gegangen, dass man ganze Romane damit füllen könnte. Ich, die noch niemals einen Mann gebraucht hat, um klar zu kommen, zumindest nicht, um aus einem Wald raus zu finden, musste von einem gerettet werden, den ich eigentlich nicht ausstehen kann. Und dann haben sich unsere Lippen getroffen und das macht alles so unfassbar kompliziert, dass ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall werde ich versuchen, Blake aus dem Weg zu gehen, immer dort zu sein, wo er nicht ist, in der Hoffnung, dass sich die Sache von alleine beruhigt. Er wird doch noch andere Frauen haben, denen er nachstellt. Ich bin ganz sicher nicht die Einzige. Wie ich Maisie verstanden habe, Ich habe gerade den Tisch der Feen passiert, da dringt mir ein bekannter, männlich herber Geruch in die Nase. Ryder. Er steht gut fünf Schritte von mir entfernt und redet recht scharf mit einem Typen, der den Kopf dabei senkt. Das letzte Mal bei den Wölfen hatte ich das Gefühl, dass sie sehr viel Spaß zusammen haben. Jetzt sieht das allerdings ganz anders aus. Die Ereignisse der vergangenen Nacht scheinen einiges aufgewühlt zu haben. Zeig deine Stärke, höre ich Maisys Worte in meinem Kopf und hebe das Kinn. Ich werfe einen Blick zu den Lykanern, doch niemand von ihnen scheint mich zu erkennen. Ich umrunde den zentralen Tisch der Vampire, an dem jemand sitzt und bleibe abrupt stehen. Mit großen Augen starre ich auf die Gestalt, die man normalerweise nicht um diese Uhrzeit antrifft. Es ist immer eingedeckt für den Fall, dass jemand erscheint, aber soweit ich es verstanden habe, ist zum Frühstück normalerweise nie ein Vampir vor Ort. Doch da sitzt er. Lysien. Ganz entspannt trinkt er ein Glas Wein, oder was auch immer sich darin befindet. Dabei liest er eine Zeitung, als ich an ihm vorbei und versuche keinerlei Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Lysien sieht mich nicht und erleichtert komme ich beim Tisch der Sirenen an. Im Hintergrund sitzen ein paar Gargoyles an ihren Tischen, aber auch sie scheinen mich nicht zu fokussieren. Glück gehabt. Da ist sie doch, sagt Maisie und winkt mich auf den Platz neben sich. Seufzend lasse ich mich sinken und werfe Imogen einen entschuldigenden Blick zu. Sorry, ich hab total verpennt, wir können später reden. Ich habe heute keine Zeit, sagt Imogen ohne aufzusehen. Auch sie liest eine Zeitung. Es war so klar, dass es wieder passiert. Wie viele sind es diesmal? fragt Olivia. Zwölf, sagen sie, aber die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Was ist denn passiert? flüstere ich Maisie zu, die sich zu mir beugt. Letzte Nacht wurden ein paar Schafe gerissen. Die Landwirte vermuten, dass es Wölfe sind, die in unseren Wäldern hausen. Du meinst unsere Wölfe? Ich werfe einen vorsichtigen Blick in Richtung Lykanertische. Das passiert leider, wenn das Rudel aufgescheucht wird, zischt sie und bittet mich, nicht allzu sehr zu starren. Normalerweise ist das Rudel ruhig, doch gestern war so viel Kampfeslust in ihnen, sie mussten die Energie wohl anders loswerden. Das ganze Frühstück über gibt es auch schon Ärger. Unauffällig blicken wir rüber und können sehen, wie Ryder immer noch diskutiert, diesmal mit zwei anderen, die allerdings gegenhalten. Kann gut sein, dass die Rudelstrukturen sich in den nächsten Tagen komplett ändern. Das passiert immer dann, wenn irgendwelche Ereignisse alles durcheinander bringen. Wird es gefährlich? Frage ich und blicke rüber zu Ryder, der ziemlich in Erklärungsnot zu sein scheint. Das kann schon sein, aber das ist nicht unser Thema. Wir sollten uns da lieber raushalten. Es ist wegen mir, oder? Frage ich und fühle mich augenblicklich schuldig. Du kannst nichts dafür, Abby. Zieh dir den Schuh bitte nicht an. Charlie hätte dich nicht nachts und vor allem nicht, da er sich selber noch nicht unter Kontrolle hat. Das hätte auch jede andere sein können. Du wusstest ja nicht, was passieren wird. Ich nicke. Dann fällt mein Blick auf Lucien. Er sitzt mit dem Rücken zu uns. Ich kann nur seine schmale Gestalt erkennen, die dazugehörigen breiten Schultern und seine gerade Haltung. Warum ist er überhaupt hier? Frage ich und Maisie liest in meinem Blick, wen ich meine. Schätze, um den Wölfen zu demonstrieren, dass sie ruhig bleiben sollen, mutmaßt Maisie. Du meinst, weil gestern der Pakt angegriffen wurde? Sie nickt. Es ist so, dass des Nachts normalerweise die meisten Wölfe schlafen, wenn nicht irgendwelche speziellen Ereignisse wie Vollmond sind. Die Vampire schlafen am Tag, da ist es andersherum. Oftmals laufen sich die zwei Parteien nicht über den Weg. Ich meine, sie gehen sich sowieso die meiste Zeit aus dem Weg, weil sie sich nicht leiden können. Sie sind natürliche Feinde, könnte man sagen, genauso wie wir und die Gargoyles. Aber jetzt ist ihre Beziehung deutlich angespannter als davor. Ich habe von Imogen gehört, dass Lucien gestern dafür gesorgt hat, dass es zu keinem neuen Auflammen des Krieges kommt. Das können wir in der Akademie definitiv nicht gebrauchen. Den gab es wohl vor einigen Jahrzehnten und es war eine Katastrophe. Ein Krieg? Mit so etwas hätte ich nicht gerechnet. Ganz schlimm war das. Das will niemand. Deswegen ist Lucien sicher auch hier. Allein, um trotzdem darzustellen, dass er alles unter Kontrolle hat. Tag wie Nacht. Er wirkt immer so souverän, murmle ich anerkennend, als ich beobachte, wie viele von den Wölfen zu ihm rübersehen. Sie zischen, flüstern, werfen vielleicht sogar Beleidigungen rüber. Lucien, ganz allein an seinem Tisch, nippt vollkommen unbeeindruckt an seinem Glas und sieht die Leute nicht einmal an. Er ist unfassbar stark, so ein Anführertyp, sagt Maisie und folgt meinem Blick. Und so talentiert, du solltest ihn mal Violine spielen hören, da zieht es dir das Höschen aus, sag ich dir. Ich grunze aufgrund ihres Ausdrucks, dann wird mein Essen gebracht. Eine ganze Weile esse ich stumm und lausche den Gesprächen am Tisch. Imogen berichtet die ganze Zeit von den Vorfällen aus den Nachrichten, in denen es wohl zuging wie im Schlachthaus. Viele der Schafe der ortsansässigen ein Blutbad veranstaltet, wie nur hundert Wölfe es getan haben könnten. Sie sprechen sogar vom Schießen, um die Population einzudämmen. Welchen Kurs hast du zuerst? fragt Maisie und ich blicke auf mein Handy, indem ich meinen Wochenplan notiert habe. Psychologie, aber das beginnt ja erst um neun, da habe ich noch Zeit, stelle ich fest und überlege, nochmal zurück zum Haus zu gehen und mich frisch zu machen. Nach gestern Nacht würde mir eine Dusche sicher gut tun. Du kannst dich ja auf dem Campus umsehen, ich habe leider Philosophie, wir sehen uns dann später beim Mittagessen, Abby. Maisie steht auf, wie auch viele andere. Im ganzen Saal herrscht Aufbruchsstimmung. Für einen kurzen Augenblick überlege ich, doch nochmal mit Imogen zu sprechen, mich für mein Verschlafen zu entschuldigen und ihr einen anderen Termin dass ich mich dagegen entscheide. Stattdessen blicke ich hinüber zum Tisch der Lykaner, an dem nun Stille herrscht. Einer nach dem anderen wird nach draußen geschafft. Zum Schluss folgt Ryder, sichtlich genervt. Es sieht wirklich so aus, als gäbe es da sehr viel Stoff für Diskussion. Ehe ich es mitbekomme, stehe ich alleine im Speisesaal. Obwohl, nicht ganz. Lucien sitzt noch immer an seinem vertieft. Sein Glas ist leer, doch er macht keine Anstalten, sich zu beeilen. Geh einfach, Abby, sage ich mir selbst, doch etwas an ihm lässt mich nicht die Augen von ihm nehmen. Es ist diese Aura der Souveränität, die ihn so unglaublich cool erscheinen lässt. Gelassen, stark und das ganz ohne große Sprüche zu klopfen. Er ist einfach so selbstsicher, da können sich viele noch eine Scheibe abschneiden. Es gibt zwei Ein- und Ausgänge im Speisesaal, einen in seiner Blickrichtung und der andere hinter seinem Rücken. Ich könnte mich einfach umdrehen und verschwinden, aber ich entscheide mich dagegen, schultere meine Umhängetasche, werfe noch einmal die Haare in den Rücken, zupfe meine Bluse zurecht, damit man den Behaar darunter nicht so durchdrücken sieht und laufe los. Dabei gebe ich mir Mühe, besonders elegant auszusehen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist es mir wichtig, vor ihm eine gute Figur zu machen. Ich will seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen, ohne ihn anzusprechen. Als ich an seinem Tisch vorbeilaufe, verlangsame ich meine Schritte, halte dabei den Kopf gerade und blicke in Richtung Tür. Auch wenn ich ihn Ich werfe einen Blick in die verspiegelte Glastür. Noch bin ich zu weit entfernt, aber ich kann sehen, dass er den Kopf gehoben hat und in meine Richtung blickt. Zumindest liest er nicht mehr, er hat mich also gesehen. Und nun tue ich etwas, das ich normalerweise nicht tue. Aus Versehen rutscht mir die Tasche von der Schulter und fällt auf den Boden. Mist, fluche ich leise und bücke mich so, dass er kurz einen Blick auf meinen Hintern erhaschen kann. Zu viel, Abby, ruft mir mein gutes Gewissen entgegen und ich hocke mich runter, um meinen Block und meine Stifte aufzuheben, die aus der Tasche gerutscht sind. Im Hintergrund höre ich leise das Rücken eines Stuhls, dann folgen Schritte, die unaufhörlich näher kommen. Mit einem zufriedenen Grinsen stecke ich alles ein, dann versuche ich ernst zu blicken und stehe auf. Als ich hochkomme, steht Lycien hinter mir, so dicht, dass ich kaum atmen kann. Wie geht es dir? fragte er so unvermittelt, dass ich für einen Moment stottere. Was? Wie? Ach so, wegen gestern Nacht, meinst du? Ganz gut, ein bisschen K.O. und ich habe ein paar Kratzer, aber nichts Wildes. Beim Reden verhasple ich mich und ärgere mich darüber, dass ich mich benehme wie eine 14-Jährige, die zum ersten Mal vor einem hübschen Jungen steht. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber Lycien hat eine so starke Wirkung auf mich, die ich unmöglich beschreiben kann. Es sind vor allem seine Augen, die mich gefangen nehmen, jedes Mal, wenn ich in sie blicke. spielt. Jeder möchte manchmal gerettet werden. Gestern warst du es. Worüber ich immer noch nicht froh bin, sage ich und hebe das Kinn, um ihm klarzumachen, dass ich nicht das kleine Mädchen bin, das er vielleicht in mir sieht. Ich habe Blake nicht darum gebeten und ich wäre auch gelaufen, wenn er nicht gekommen wäre. Es hätte nur länger gedauert. Es ist keine Schande, auch mal schwach zu sein. Vor Wacke mitbringt wie du. Perplex starre ich ihn an. Ich gehe schon seit Jahrzehnten in die Vorlesungen für Psychologie, erklärt er und ein leises Lächeln huscht über seine Lippen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich lache, weil er auf eine ernsthafte Weise unglaublich komisch ist. Und ich dachte schon, du willst mich therapieren. Das würde ich mir nie herausnehmen. Er wird plötzlich wieder ernst. Dafür kenne ich dich nicht gut genug. Wer weiß, vielleicht lernst du mich ja noch kennen. Ich bin ja erst seit ein paar Tagen hier und habe nicht vor, so schnell wieder zu gehen. Das hoffe ich für dich. Der ganze Ärger soll sich schließlich lohnen. Ich weiß nicht, ob er mich verarscht oder nett zu mir sein will. Sein Gesichtsausdruck verrät auf jeden Fall nicht, was er mit diesen Worten auszudrücken versucht. Du meinst, deinen nächtlichen Ausflug in den Wald und die darauf folgenden Konflikte, erklärt er. Es kann gut sein, dass wir dich in Zukunft öfter vor den Lykanern beschützen müssen. Nimm es bitte nicht persönlich. Werde ich nicht, sage ich und muss grinsen, weil unsere Gespräche witzig sind, aber auf eine ganz eigene Art. Das nächste Mal wirst du mich retten, nehme ich an. Es geht reihum, erklärt er toternst. Jeder ist einmal dran. Du wirst dich daran gewöhnen müssen, in den Armen verschiedener Männer zu liegen. Das macht dir doch nichts aus. Machst du Witze? Nur deswegen bin ich hier, erwidere ich und es fühlt sich so an, als hätte ich mit ihm schon Tausende solcher Gespräche geführt. Da ist etwas an Lycien, das mir unfassbar nahe geht. Obwohl wir uns vorher nie begegnet sind, habe ich das Gefühl, ihn schon ewig zu kennen. Nur für den Fall, dass ich bei dem nächsten Versuch, dich zu retten, drauf gehe, würde ich dir gerne etwas zeigen, sagt er unvermittelt. Was denn? Einen Ort, der dich interessieren könnte. hat sich vor mir ein Typ fast in einen Wehrwolf verwandelt und mich angegriffen. Lycien lacht leise auf. Es ist ein so unfassbar schönes Geräusch, dass sich etwas warmes in meiner Brust ausbreitet. Nein, gar nicht gut. Ich verspreche dir, ich werde nicht über dich herfallen, wenn du es nicht willst. Und plötzlich hat sich das Gespräch so sehr gedreht, dass ich einige die andere überfällt. Sage ich und merke selbst, wie bescheuert das klingt. Also über Männer herfällt, die sie mag und die sie will und ich rede zu viel. Vor Scham lache ich auf. Doch Lycien findet mich nicht bescheuert. Er sieht mich an, als würde er mit mir leiden. Ich tue einfach so, als hätte ich den letzten Satz nicht gehört. Ist dir das recht? Ich nicke und mache Anstalten, mit ihm zu gehen. Irgendetwas an ihm macht mich unfassbar nervös. Gleichzeitig fühle ich mich auch so wohl, dass es mir nichts ausmacht, wenn unsere Ärmel beim Laufen aneinander streifen. Es ist nur eine winzige Berührung, fast nicht zu merken, aber ich spüre sie umso deutlicher. Da ist eine Spannung zwischen uns, eine Verbindung. Etwas, das eigentlich gar nicht sein dürfte. Lucien spricht nicht, während er mich nach draußen führt. Es regnet wie aus Eimern. Er nimmt einen der schwarzen Regenschirme, die zu Massen neben den Türen deponiert wurden, und spannt ihn auf. Dann reicht er mir seinen Arm, wie ein Gentleman aus dem 18. Jahrhundert. Ich zögere nicht und ergreife ihn. Dicht neben ihm laufe ich durch den Regen. Lucien hält den Schirm direkt über uns. Von weitem könnten wir aussehen wie ein altes Ehepaar. Es ist dieser Gedanke, der ein eigenartiges Kribbeln in meinem Bauch verursacht. Was hat dieser Typ nur an sich, dass ich an so etwas denke? Ich versuche unauffällig zu ihm hochzublicken. Lucien hat das Gesicht eines Aristokraten. Er sieht so aus, als wie man sie erobert, ohne sie zu bedrängen. Als hätte er schon Ewigkeiten Übung darin. Es ist nicht mehr weit, sagt er, als wir einen runden Torbogen passieren, der mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Er ist so von Rosensträuchern überwuchert, dass man ihn fast als stillgelegt betrachten könnte. Aber das ist er nicht. Dahinter führt ein Pfad mit Steinen in einen hingegangen sind. Wir befinden uns noch immer mitten auf dem Akademie Gelände und nicht am Wald oder am See. Doch das hier ist eine Oase unterschiedlichster Pflanzen, Bäume, Sträucher und haufenweise Beete voller Blumen, die wild wachsen. Mittendrin ein Springbrunnen aus Stein mit kunstvollen Steinfiguren, ineinander verbogen, grauenvoll und gleichzeitig wunderschön speien sie Wasser aus verschiedenen Öffnungen. Das nass flätschert, während es von oben immer noch auf uns runterregnet. Lysian führt mich direkt an den Brunnen heran, bis meine Finger auf die Steinumrandung stoßen. Ich werfe einen Blick in das Wasser. Etliche Münzen befinden sich am Boden. Offenbar ist das ein Ort, wo viele ihr Glück versuchen. Wo sind wir? Frage ich und überlege, ob es ratsam wäre, die Arme von ihm zu nehmen. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich viel zu wohl an seiner Seite und ich möchte gerade nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Ich möchte einfach nur hier stehen und auf das plätschernde Wasser blicken. Ein geheimer Ort, den nicht viele kennen, obwohl er sich im mittleren Ring der Akademie befindet. Es ist wunderschön hier, sage ich und könnte mir vorstellen, öfter herzukommen, um all die Pflanzenpracht näher zu begutachten. Das nächste Mal vielleicht lieber bei Sonnenschein, auch wenn Lösigen dann nicht dabei sein kann. Wieso hast du mich hergeführt? Ich dachte, du würdest diesen Ort vielleicht gerne sehen. Ich blicke Fragen zu ihm auf. Das hier war der Lieblingsort deiner Mutter, erklärt er und sieht auf mich herab. Ich erwidere seinen Blick nicht, sondern betrachte den verspielten Springbrunnen inmitten wuchernder Pflanzen. Ich verstehe, wieso Mom das hier geliebt hat. Es erinnert an Zuhause. Wirklich? Frage ich und höre heraus, dass meine Stimme dünn klingt, zerbrechlich. Und obwohl ich nicht will, dass mich jemand so sieht, weiß ich instinktiv, dass ich es verlüsigen nicht verstecken muss. Etwas an seiner Gegenwart gibt mir ein Gefühl von Vertrauen. Sie war so oft hier, wie sie konnte. Sie hat immer gesagt, dass das Plätschern des Brunnens sie beruhigt und dass sie hier ganz nahe an Zuhause ist. Ein Knoten bildet sich in meiner Speiseröhre. Meine Augen fangen an zu brennen und ich kann nicht verhindern, dass ein paar Tränen sich nach draußen quetschen und meine Wange hinab rinnen. Doch da es Lysian reicht mir ein Taschentuch, das er aus seiner Blazer Tasche gezogen hat. Kommentarlos nehme ich es an und trockne damit ein paar Tränen. Dann will ich es ihm zurückgeben. Er wehrt es mit der Hand ab, sagt aber nichts dazu. Schweigend stehen wir da, blicken auf den Brunnen und hören dem Rauschen des Regens zu. Es ist ein Moment der Stille, des In-Sich-Kerns, des Erdens und auch des Vertrauens. Lysian scheint ein unfassbar gutes Gespür für mich zu besitzen, denn er steht neben mir, ohne mich anzustarren. Er macht keine Witze über meine Tränen, keine gut gemeinten Sprüche der Aufmunterung, kein Mein Beileid es muss dir so scheiße gehen damit Spruch. Er ist einfach nur da und blickt mit mir auf den Brunnen. Er teilt für einen Moment die Erinnerung an meine Mom und ich bin ihm unfassbar dankbar dafür. Ich würde jetzt gerne allein sein, sage ich nach einer kurzen Weile, die sich für mich lang und gleichzeitig kurz angefühlt hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen ist, aber eine Viertelstunde könnte es schon sein. Ich wollte ohnehin gerade gehen, sagt er und nickt mir zu. Arm von seinem, stehe noch immer unter seinem Schirm und blicke zu ihm auf. Danke, wisperre ich, gehe auf die Zehenspitzen und gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Diesmal gelingt es mir. Lucien lässt es zu und dreht den Kopf erst, als ich langsam zurücktrete. Er blickt tief in meine Augen, als würde er all den Schmerz darin sehen können, der die Gedanken an meinem Arm ausgelöst hat. Als würde er verstehen, wie weh es tut, an sie zu denken und gleichzeitig froh zu sein, dass er diesen Ort, dieses Geheimnis mit mir teilt. Es sind seine Augen, die ein Ziehen in meiner Brust verursachen. Ganz von allein nähere ich mich ihm an, spüre, wie mein Herz immer schneller pocht, je dichter sein Gesicht drückt. Dann tue ich es einfach. Ich lege meine Lippen auf seinen Mund. In diesem Augenblick passieren so viele Dinge, dass es mir den Atem verschlägt. Ein wildes Kribbeln schießt über meinen Rücken, als würde ich unter einem tosenden Wasserfall stehen, rauscht über mich hinweg, als würde ich von Wellen fortgespült werden. Es sind nur seine Lippen, doch sie reißen mich in einen gigantischen Strudel, immer tiefer hinein, bis ich am Grund ankomme und die Arme um seinen Hals schlinge. Mein Herz hüpft vor Aufregung, als ich spüre, dass er den Kuss einer Taille. Er hält mich wie ein Gentleman eine Lady und nicht wie ein Typ, der einfach nur seinen Spaß haben will. Eine Hand an meinem Hals küsst er mich noch einmal, dann nimmt er sanft den Kopf zurück. Das ist keine gute Idee, raunte er in einem so verführerischen Ton, dass ich ihn am liebsten wieder küssen würde. Ich weiß, sage ich und spüre sofort eine Kälte, als ich mich von ihm löse. Nein, du weißt das nicht, weil du es nicht wissen kannst. Ich blicke ihn fragend an, das ungute Gefühl in meinem Magen zieht mich nach unten. Was meinst du? Ich bin nicht gut für dich, Abby, sagt Lüsian und fährt sich durch die Haare. Das erste Mal erkenne ich so etwas wie Unsicherheit in ihm. Und das bedeutet, dass du dich von mir fernhalten solltest. Es tut mir leid, dass ich dir etwas anderes vermittelt habe. Aber das hier wird sich nicht nochmal wiederholen. Ich höre seine Worte, sehe in sein Gesicht und doch ist mein Geist so vernebelt, dass ich nicht ganz begreife, was er mir sagen will. Es ist nicht deine Schuld, aber ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Eben noch hat er mich geküsst und jetzt sagt er, dass das ein Fehler war. Der Kuss, der sich für mich angefühlt hat, als wäre einfach alles richtig, soll jetzt falsch sein? Ich wollte dir keine falschen Hoffnungen machen, dir lediglich ein bisschen was geben, damit du mit deiner Mutter abschließen kannst. Mit meiner Mutter abschließen? Wiederhole ich seine Worte und verstehe sie doch nicht. Es tut mir leid, aber mehr wird es zwischen uns nicht geben. Mit einem bedauernswerten Blick überreicht er mir den Schirm, dann verschwindet er im Regen. Ich blicke ihm nach, ohne an etwas zu denken. Wie kann ein Moment, der sich für mich so richtig angefühlt hat, nur so bescheuert enden? Es ist besser so, sagt eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf. Er würde dir irgendwann wehtun. Ich weiß, dass Männer wie Lucien ebenso gefährlich sind wie Blake, gefährlicher vielleicht sogar. Denn Lucien ist jemand, in den ich mich verlieben könnte. Das Kribbeln in meinem Bauch, das warme Ziehen in meiner Brust sind die ersten Anzeichen dafür, dass ich auf dem Weg in diese Richtung war. Es ist sicher besser, dass er es mir jetzt sagt, bevor ich mir ernsthaft Hoffnungen mache. Und doch ist da dieser Schmerz, der sich durch meine Eingeweide zieht, der nichts mit dem Tod meiner Mom zu tun hat. Ich habe mir Hoffnungen gemacht und wurde schon enttäuscht. Lass dich nicht auf Vampire ein, sie können dir dein Herz brechen, so schnell kannst du gar nicht gucken, höre ich Maisys Worte in meinem Kopf und muss ihr Recht geben. Es ist viel zu schnell gegangen. Aber zum Glück weiß ich jetzt, dass dazu sagt, ich werde mich nicht noch einmal mit einem von ihnen umgeben. Keine Gespräche, keine Witze und erst recht keine Küsse. Es wird einen Mann geben, der zu mir passt, ob nun hier oder in meinem späteren Leben. Ich weiß, dass